Hey, ich bin Joey, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt die Vollversion von The Alien Cube. Wir haben das Spiel, oder die Demo zu dem Spiel schon vor gut einem Jahr angesehen, oder fast anderthalb, ist von Alessandro Guzzo, dem Entwickler von The Land of Pain. Ein Spiel, was wirklich eine coole Atmosphäre hatte und sehr interessant war. Und ich freue mich jetzt auch, dieses Spiel spielen zu dürfen. Alessandro hat mir freundlicherweise einen Key schon vorher gegeben. Vielen Dank dafür. Ich kann ein bisschen eher aufnehmen, sodass es quasi jetzt zum Release Day rauskommt. Und die Demo war schon ziemlich cool. Spielt auf jeden Fall im selben Universum, ist auch so ein bisschen Lovecraftian-Style. Und wir können, denke ich, mal viel entdecken. Deswegen sagen wir jetzt, ein neues Spiel. Und ja, wahrscheinlich hat er hier noch die Speicherstände von der Demo oder sowas. Wir sagen mal, ein neues Spiel. Kapitel 1, das Ereignis. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit, inmitten schwarzen Meer der Unendlichkeit. Und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. HP Lovecraft. Drücke die linke Monster-Taste, um mit Objekten zu interagieren. Leertaste zum Springen und sehe, um dich zu ducken. Funktioniert. Alles klar. Okay, wir sind aufgewacht nach einer durchzechten Nacht. Keine Ahnung. Untersuchen. Kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Alles blutbeschmiert. Kein Plan. Ein Altar mit einem blutigen Schädel. Untersuchen. Was ist das für eine Kreatur? Der Anblick lässt mich erschaudern. Und da hängt auch noch einer. Lebt anscheinend noch. Die Frage ist, ist das unser Opfer oder... Oder sind wir auch ein Opfer? Mal sehen. Ein Foto. Der Mann auf dem Bild bin ich. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Ort? Eine gute Frage, ne? Mal sehen. Hier ist Licht. Oh, es sieht so schön aus. Hallo? Untersuchen. Welche rechte Maustaste, um zu bannen. Okay. Von hier aus kann ich nach draußen sehen. Aber der Riss ist zu klein. Schade. Dann können wir nochmal gucken. Aber der Riss ist zu klein, um durchzukommen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Okay. So. Für die Leute, die die Demo gesehen haben. Euch kommt sicherlich bekannt vor. Mir kommt es auch bekannt vor. Denn so fing auch die Demo an. Aber ich bin sicher, es hat sich auch einiges verändert. Das sieht ja nicht gesund aus. Eine merkwürdige Maschine ist da hinten. Naja, da springe ich nicht runter. Wofür sind diese Zahnräder? Es scheint, als würde sich hinter dieser Mauer eine riesige Maschine befinden. Okay. Kommen wir irgendwie weiter? Ist noch ein Weg. Dummerweise oder gut für euch. Ich kann mich eigentlich kaum an die Demo erinnern. Ach, guck mal hier. Diese großen Steintüren sind fest verschlossen. Dieser Mechanismus muss dafür sein, ihn zu öffnen. Es funktioniert nicht. Es scheint, dass ein Zahnrad fährt. Schauen wir doch mal nach, nicht wahr? Ich nehme nur mal kurz das Zahnrad und bin wieder weg, wa? Scheint ja sonst keiner da zu sein. Okay, dann nichts wie raus hier. Alles klar. Bätze sind recht einfach. Also einfach im Sinne von, wir müssen nicht großartig was auswählen. Okay. Wir sind frei. Hurra. Wohlgemerkt, das ganze Spiel wurde von einer Person entwickelt. So wie es schon bei The Land of Pain war. Brückeleertaste, um zu springen. Ah ja. Ich will den Pilz essen, aber vielleicht doch besser nicht. Wir werden auf jeden Fall mit reichlich Safe Games belohnt. Das ist sehr gut. Ach, ist das schön hier. Folgen wir diesem Pfad. Da möchte man doch hier gleich wandern gehen, oder? Was ist denn da hinten? Ein Burg? Einige alte Burgen, Ruinen, so wie es aussieht. Was ist das für ein Ort? Da oben auch? Ich weiß nicht. Okay, können wir hier einfach runterspringen? Wir gehen mal weiter in die Richtung, ob wir irgendwie zu dieser Burgruine kommen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Oh, Bummi-Theorie! Ich glaube, wäre das ein echter in der Größe, dann würden wir nicht mehr hier stehen. Okay, was zum Teufel? Willst du wirklich da hingehen? Das ist mal eine krasse Verwüstung, oder? Was ist das? Oh, gut. Alles nur ein Traum. Was ist das? Acht Uhr. Welch unchristliche Zeit. Okay, dieser Traum. Es war alles so echt und beunruhigend. Es fühlte sich so real an. Ich bin müde. Ich muss ins Bett und mich erfrischen. Ich komme doch aus dem Bett. Okay. Okay. Willkommen in meiner Wohnung. Ich kann leider nicht rausgucken, wie so die Nachbarschaft ist, aber... Ich mache wohl öfter mal Naturfotos. Oh nein, die Waage. Das ist der wahre Horror. Okay. Bin ich gerade erst eingezogen? So viele Kartons hier. Hier benutzen. Ah. Schön. Alles klar. Kann ich auch wieder zumachen, die Tür? Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen und zu schließen. Meine Träume. Heute Nacht schreibe ich erneut in mein Tagebuch in der Hoffnung, dass es mir dabei hilft, einzuschlafen und wieder Frieden zu finden. In den Nächten plagt es mich, dass ich immer häufiger ganz plötzlich und aus unerklärlichen Gründen aufschrecke. Schweißgebartet und schrecklich müde habe ich unmittelbar danach das unangenehme Gefühl, dass ich etwas Verstörendes erlebt habe, an das ich mich nicht mehr erinnere. Das könnte auch alles auf die jüngsten Ereignisse zurückzuführen sein. Die Trennung von Jenny, der Umchi, Zug und schließlich das Verschwinden meines Onkels Edgar. Insbesondere Letzteres muss ich angesichts der Unklarheit des Sachverhalts mehr beschäftigt haben, als ich dachte. Was die Zeitung berichtet, ist in der Tat sehr seltsam. Nur Gott was weiß, was mit ihm passiert ist. Mein neues Zuhause hat nicht dazu beigetragen, meine Situation zu verbessern. Vielleicht ist es einfach zu früh. Ich brauche mehr Zeit. Da sind die Träume aufgezeichnet. Okay. Schauen wir uns mal in unserer wunderschönen Wohnung um, ne? Okay. Ein Hauswirtschaftsraum. Die sollten wir mal auswechseln. Solange lassen wir die zu. Dabei sind wir doch gerade erst eingezogen. Ah, das Badezimmer. Schön, schön. Ein altes Radio. Waschbecken. Achja, wir sollten uns ja frisch machen. Dann machen wir das mal. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Es war, als würde mich dieses seltsame Objekt rufen. Ich fühlte einen tiefen, ursprünglichen Instinkt, der mich beunruhigte. Ding Dong? Wer ist an der Tür? Oh, das ist wahrscheinlich der Postman. Okay. Ein Brief. Aber wir gucken uns gleich noch in der Wohnung um. Keine Sorge. Oh, guck mal. Ich habe Bade-Latschen an. Wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Edgars Brief. Arthur, mein lieber Neffe. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass ich tot bin. Ich gab einem engen Freund die Anweisung, die diese Nachricht zu überbringen, falls mir etwas Schlimmes passieren sollte. In den letzten Jahren haben wir den Kontakt zueinander verloren. Das weiß ich und es tut mir leid. Mein Leben hat sich sehr verändert und ich bin nur ein Schatten des Mannes, den du kanntest, als du ein Kind warst. Ich weiß, dass es schwer für dich war, nicht zu wissen, wer deine Mutter war, besonders nach dem Tod deines Vaters. Ich war nicht immer für dich da, aber ich habe eine schwere Phase hinter mir. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wie du weißt, war ich nie verheiratet und hatte auch nie Kinder. Deshalb habe ich beschlossen, dir all meinen Besitz zu überlassen, auch wenn das nicht viel ist. Dein Erbe besteht aus meiner Wohnung und der alten Hütte in den Bergen, die früher deinen Großeltern gehörte. Das ist alles, was ich noch habe. Die Wohnung befindet sich im Gebäude des Nummer 13 in der Oldwood Street in Winter Falls. Es ist ziemlich alt und in schlechtem Zustand, aber ich konnte mir nichts besseres leisten. Unter meinen Sachen findest du wahrscheinlich einige Dinge, die für dich keinen Sinn ergeben. Ich bitte dich, alles einfach fraglos wegzuwerfen. Ich beziehe mich insbesondere auf meine Manuskripte. Sie sind sehr persönlich und wie du vielleicht erfahren hast, war das Schreiben in meinen dunkelsten Tagen mein einziger Trost. Ich bitte dich daher, sie nicht zu lesen und dich nicht mit meinen Nachforschungen zu beschäftigen. Werde alles los, damit nichts gefunden werden kann. Du findest den Wohnungsschlüssel in diesem Umschlag. Tu, was du willst, aber ich bitte dich, meinen letzten Wunsch zu respektieren. Ich habe dich immer geliebt, dein Onkel Edgar. Okay. Das ist ein Brief von meinem Onkel Edgar. Es scheint, dass er mir seine alte Wohnung in der Stadt überlassen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber ich gehe sofort dorthin. Nein. Ich gehe nicht sofort dorthin. Nicht, bevor wir nicht dieses knuffige Hundebild angeschaut haben. Nein. Wir wollen noch mal kurz in der Wohnung gucken. Was es denn hier so gibt. Oh, was zu essen auf jeden Fall. Irgendwie zieht das immer so ein bisschen nach. Ich habe das Gefühl, okay, das kann jetzt... Das ist wahrscheinlich... Ach, das ist durch die Schritte. Wir leiden nicht so durch das Bild, sondern wir haben quasi Schritte, die unsere Geschwindigkeit beeinflussen. Das hatte ich auch noch nie. Essen. Okay. Nom, 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 nom. Alles klar. Noch mehr zu essen. Schön Eiche rustikal hier, ne? So wie ich das mag. Weg. Okay. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwie reinzoomen? Milch, Eier, Saft. Äh, Teller, Seife. Also... Rattengift. Piet zurück anrufen. Zurückrufen. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Das ist ein bisschen verwirrend mit dem Nachziehen. Okay. Schalter. Okay. Schade. Schade. Schubladen an, ausmachen können wir nicht. Äh, aufzumachen können wir nicht. Aber egal. Telefon. Ich sollte Jennifer anrufen. Aber nicht jetzt. Heute möchte ich einfach nur entspannen. Okay. Wie ihr seht, am Fernseher und am Computer. Es spielt nicht, äh, jetzt. Kisten. Was ist denn hier schönes? Mein Kassettenrekorder. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Schön. Computer. Das ist mein neuer Computer. Er hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Dadurch kann ich jetzt noch häufiger von zuhause aus arbeiten. Da. The Land of Pain. Da ist es. Geiles Spiel. Der gute Internet Celeron Prozessor. Ein Vermögen. Autoschlüssel. Okay. Sehr schön. Sonst noch was? Kamin. Kann ich die anmachen? Ah, gemütlich. Ich liebe die Wärme des Feuers, wenn es draußen kalt ist. Kann ich auch Tapes mitnehmen und hören? Bücher. Das ist meine Sammlung alter Bücher. Ich muss sie noch in mein Bücherregal einsortieren. Und noch so ein paar Spielzeuge, eine Eisbahn. Schön, schön. Gut, ich denke, so können wir nicht zur Onkels Hütte gehen, ne? Wir müssen erstmal duschen gehen. Und uns anziehen. Die Badewanne ist sogar noch voll. Und vielleicht den Morgenurin loswerden. Schalter. Hast du den? Mal gucken, ob wir uns anziehen können. Kleidung wechseln. Ja, das weiß ich nämlich noch. Wer jetzt zur Tür gegangen ist, hat er gesagt, so kann ich nicht rausgehen. Ich muss erst was essen, muss mich waschen und umziehen. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt kann ich gehen. Schicke Schuhe an. Okay, wir haben hier alles erledigt, denke ich. Machen wir uns mal auf den Weg. Licht lassen wir natürlich an, denn was kostet die Welt? Es wird eine lange Fahrt. Edgars Wohnung ist viele Stunden entfernt. Kapitel 2 Das Apartment Onkel Edgar ist vor über einer Woche verschwunden. Und nun erreicht mich ein Brief von ihm und ich erfahre, dass ich sein einziger Erbe bin. Es ist ewig her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich war noch ein Kind, aber ich scheine ihm so viel zu bedeuten zu haben, dass er mir all seinen Besitz übermacht hat. Die letzten Jahre habe ich nie gesehen. Ihm nie gesehen. Wobei er gezogen ist. Nachdem, also umgezogen wahrscheinlich. Nachdem ich nun viele Stunden gefahren bin. Ah. Gefahren bin. Habe ich endlich mein Ziel erreicht. Die im Brief angegebene Adresse führt mich hierher zu diesem alten Gebäude. Im schlimmsten Viertel von Winterfonds. Die Wohnung sollte sich in der obersten Etage befinden. Ah. Wunderbar. Toll. Ja. Hier möchte man doch wohnen. In die oberste Etage. Aber nicht in die ganz oberste. Benutzen. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Immerhin. Ich habe einen Drink, wo? Demons drowned me. I died here. Dämonen haben mich ertränkt. Ich bin hier gestorben. Oh. Alone. Allein. Das ist nicht die richtige Wohnung. Wer hätte es gedacht. Also das mit dem hakeligen Gehen hier. Ist doch ein bisschen komisch. Kann man das vielleicht einstellen? Spieleinstellungen. Sound. Maus umkehren. Schade. Grafik. Steuerung anzeigen. Okay. Ziemlich viel Zeug auf dem Flur. Wenn das der Brandschutz war auf Storakte. Sieht du. Da sind wir. Das ist Edgars Wohnung. Alles klar. Ich gucke mal eben hier hinten. Ob wir hier noch was schönes. Guck mal hier. Oh Gott. Wer nüchtert denn hier immer aus? Statuette. Uh. Du hast ein Geheimnis gefunden. Alles klar. Irgendwie dachte ich das schon. Guck mal hier. Der ist ja geil. Nice. Sehr nice. The lights run all this time. Wer ist denn hier? Hier. Okay. Mach erstmal die Tür zu. Ich will allein sein. Telefon. Die Leitung ist tot. Funktioniert nicht. Das hassen sie. Okay. Gucken wir mal erstmal was hier in dieser Wohnung war. Ich kann sie nicht öffnen. Da ist etwas auf der anderen Seite. Da ist etwas auf der anderen Seite. Da ist die Tür blockiert. Okay. Mal sehen. Das ist arschdunkel hier. Es ist sehr dunkel. Bei der Tür muss ein Schalter sein. Alles klar. Das ist wirklich eine heruntergekommene Wohnung. Oh. Untersuchen. Überall ist Schimmel und Schmutz. Hat Onkel Edgar niemals sauber gemacht? Hier sieht es wirklich sehr schäbig aus. Aber die Waage ist noch hier. Er hat zumindest auf sein Gewicht geachtet. Gitter. Unter dem Rost vogelt etwas Metallisches. Mit dem richtigen Werkzeug sollte ich es öffnen können. Okay. Vielleicht ein Schlüssel ist da. Mal sehen, ob wir einen Schraubenzieher finden. Aber gucken wir mal hier. Hier war auf jeden Fall die Note. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Nach vielen Jahren kehrte ich schließlich in das alte Familienheim zurück. Leider musste ich bei meiner Ankunft feststellen, dass nichts mehr von dem Haus übrig war. Alles war zu einem traurigen Trümmerhaufen zerfallen. Unter all den Trümmern fand ich jedoch diese seltsame Truhe. Obwohl sie eindeutig sehr alt war, war sie gut erhalten. Exquisit gefertigt, aus edlem Holz und mit seltenen geometrischen Symbolen verziert, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Anfangs bemerkte ich es nicht. Als ich klein war, war ich es gewohnt, alle möglichen bizarren Gegenstände im Haus zu sehen, die mein Vater auf einer seiner unzähligen Reisen entdeckt hatte. Die Truhe jedoch hatte etwas Unheimliches und Mysteriöses an sich. Und so beschloss ich sie aus den Trümmern zu holen und zu versuchen sie zu öffnen. Ich hoffe, dass das Schreiben dieses Tagebuchs mir hilft, meinen Schock bei meiner Entdeckung zu überwinden. Denn was ich in dieser schrecklichen Truhe gefunden habe, konnte nicht zu dieser Welt gehören. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Schublade. Die Schublade ist verschlossen. Willst du mich verarschen? Okay, untersuchen. Was ist denn im Spiegel passiert? Okay. Ein kleiner Chuck auf der Fensterbank, er hat die alles vernagelt hier. Okay. Mal sehen. Okay. Mal sehen. Was? Was? Okay. 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 Das ist seltsam. Hier ist kein Griff. Auch okay. Statue hätte. Oh, ich kann sie drehen. Aber in welche Richtung? Mechanismus. Aha, da fehlt eine Statue. Oh, verstehe. Verstehe. Okay. Ich glaube, wir können... Oh, geh durch. Okay, wir können jetzt hier durch. Vorsichtig. Vorsichtig. Essen. Rittenlicht. Nein! Was tust du denn da? Was tust du denn da? Oh, das Essen war verdäuernd. Ich hätte es nicht essen sollen. Gemälde. Unter dem Gemälde ist ein merkwürdiger Riss. Vielleicht kann ich ihn öffnen. Gemälde versenken. Ich kann es nicht bewegen. Es ist fest in der Wand befestigt. Okay. Wahrscheinlich müssen wir diese zweite Pferdestatue finden. Bewegen. Ah, da kommen wir zumindest hier raus. Hier sieht es ja aus, ey. Hier sieht es ja aus. Was zum Teufel ist denn da? Soll ich da wirklich durchkriechen? Später. Ich gucke mich erstmal hier noch weiter um. Oh, hier riecht es schrecklich. Wie konnte mein Onkel nur unter diesen welchen Bedingungen leben? Tür ist zu. Okay, dann. Untersuchen. Oh, was ist das für ein abscheulicher Gestank? Es riecht schrecklich. Die Idee gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich kann versuchen durch dieses Loch zu klettern. Gehe durch. Ah. Da war einer. War das gut? War das schlecht? Nichts. Das Gottesaugen. Was haben sie mit mir gemacht? Elektronen? Nee, Pillen sind das. Was sind wir jetzt? Wir sind gefangen. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Bewegen. Ah, ein Gitter. Untersuchen. Hier ist ein Gitter. Es wirkt ziemlich instabil. Ich könnte es mit einem Tritt durchbrechen. Okay. Gehe durch. Der Durchgang ist ziemlich eng, aber ich muss es versuchen. Hm, wir kommen beim Klo raus. Toll. Aber wir haben es geschafft. Okay. Einfach nur mit so einem Vorhang getrennt hier. Nicht schlecht. Benutze Tür. Verschlossen. Natürlich. Weil sie... Was war das? Was ist der Schrank? Dokumente. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. 30. Oktober. Das Verschwinden des Sohnes des alten William Edgar Mitchell hat uns ziemliche Probleme bereitet. Es war nicht leicht, jeden einzelnen Polizisten im Auge zu behalten. Aber glücklicherweise haben sie absolut nichts am Schauplatz des Feuers herausgefunden konnten. Der Zweck dieses Gebäudes muss um jeden Preis geheim bleiben. Im Moment befindet sich der Fall in den Händen unserer Leute bei der Polizei. Dieser Detektiv wird keinen Fuß mehr in unser Gebiet setzen. Nichtsdestotrotz müssen wir herausfinden, was mit Edgar geschehen ist und den Fall abschließen, bevor noch jemand anderes hier herum schnüffelt. Wir werden damit anfangen, seine Wohnung zu durchsuchen. 5. November. Wir haben den Beweis für die Existenz von Gottes Auge. Die Priesterin hatte Recht. Während der Überprüfung von Edgars Wohnung haben wir einige Papiere gefunden, die seinem Vater, dem alten William, gehört haben. Alles deutet darauf hin, dass er im Besitz dieses heiligen Artefakts war, ohne dass wir es davon wussten. Wie ist es möglich, dass uns ein solch vertrautes Mitglied der Ordnung hintergeht? Wir versuchen zu verstehen, wo es versteckt wird. Alle Zeichen dort und auf einen Ort außerhalb der Stadt hin, wo sich wohl mal ein uraltes Dorf unserer Vorfahren befunden haben soll. Ah! Zweite Statue. Sie muss... Das Bild. Der Spiegel. Eine Dachluke. Wurde Onkel Edgar ausspioniert? Wer sind diese Leute und wonach haben sie gesucht? Okay. Haben wir das noch im Tagebuch? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal gucken, was wir hier noch haben. Außer Washing Powder. Ah, sind wir da vielleicht durchgekochen? Was soll ist das? Sieht aus wie ein Kokon. Schraubendreher. Ah, guck mal. Den brauchen wir. Okay, schnell durch. Okay, warte mal. Da oben ist die Dachluke. Falltür. Hier ist eine Falltür, aber sie klemmt. Okay, warte mal. Dieses Ding musste in die Richtung stehen und dann können wir jetzt vielleicht, wenn das so steht, hier das Bild öffnen. Kannst nicht bewegen. Es ist fest an der Wand befestigt. Okay, dann gucken wir mal, was sich hier noch befindet. Ein Tagebucheintrag. Familiengeheimnisse. Nie hätte ich gedacht, dass mein Onkel in solch einem Elend leben kann. Die Wohnung ist in einem wirklich schlechten Zustand. Überall ist Dreck und Unordnung. Das Verrückteste aber war dieses Loch in der Küche und dieser Fremde, der mich angegriffen hat und in ein Zimmer eingesperrt hat. Zum Glück habe ich einen Weg rausgefunden. Aber wer war dieser Verrückte? Er sah nicht aus wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Er verhielt sich, als wäre er Teil einer organisierten Gruppe. In der Wohnung nebenan machte ich einige unangenehme Entdeckungen zu Onkel Edgar. Es scheint, als hätten sie nach einem uralten Artefakt gesucht, das einst meinem Großvater William gehörte. Welche Geheimnisse birgt diese Wohnung sonst noch? Es gibt hier so vieles zu entdecken. Wer weiß, was Edgar kurz vor seinem Verschwunden untersucht hat. Okay. Das sollten wir aufkriegen. Und was befindet sich daran? Ein kleiner Schlüssel. Wahrscheinlich für die Schublade. Hier hatten wir auch den Hinweis. Ah ja. Eine Seite aus Edgars Tagbuch. Nach dieser schrecklichen Entdeckung wurde ich Suche nach Antworten auf meine Frage zu einer regelrechten Besessenheit. Also habe ich damit begonnen, die alten Papiere meines Vaters sorgfältig zu studieren. Während meiner Forschung stieß ich auf die Existenz eines mysteriösen Ordens. Seine Ursprünge sind uralt. Aber anscheinend existiert er noch heute. Ich habe eindeutige Hinweise in den Notizen meines Vaters gefunden und es scheint, als wäre sogar ein Mitglied gewesen. Ich habe außerdem herausgefunden, dass mein Vater neben der alten Hütte in den Bergen noch viele weitere Grundstücke im gesamten Gebiet verstreut besaß. Ich hatte ja keine Ahnung. Warum hat er mir da nie davon erzählt? Und da war ein Ort, der ihm ganz besonders wichtig war und es scheint, als hätte er alles daran gesetzt, ihn geheim zu halten. Ich habe eine Karte angefertigt, die seinen Standort zeigt. Ich mache mich sofort auf den Weg dorthin. Ich gehe besser dorthin. Ich werde später jetzt zurückkehren. Die, die mich hier eingesperrt haben, sind auf dem Weg hierhin dorthin. Wenn ich mich beeile, kann ich vorhin da sein und herausfinden, was hier los ist. Okay? Kein Rätsel mehr lösen? Ich gehe besser sofort dorthin. Ich werde später jetzt zurückkehren. Okay, dann machen wir das. Komisch, jetzt haben wir nicht mal dieses verzögerte Laufen. Achso. Da. Verlassen. Kapitel 3. Der geheime Ort. Der Weg wird langsam anstrengend, aber ich sollte fast da sein. Der geheime Ort meines Großfalters sollte in einem Tal nahe eines uralten Schlosses nicht weit von hier sein. Mit ein bisschen Glück sollte ich es schaffen, vor den anderen dort zu sein. Die, die mich gefangen hielten, sind auch auf dem Weg hierher. Ist ja sehr mutig, ne? Macht er sich einfach auf den Weg von einem mysteriösen Orden, einfach nur weil er ein paar Hinweise findet. Er sollte doch alles wegschmeißen. Hätte er doch einfach mal auf seinen Onkel gehört. Jetzt sind wir schon wieder in so einer, auf der Jagd nach dem Verstand wahrscheinlich. Aber es gefällt mir bisher sehr gut. Sehr gespannt, was noch kommt. Ahja. Okay. Here we are. Und natürlich gehe ich erstmal einen Schritt zurück. Es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Och, schade. Auch keine Secrets irgendwo hinter Bäumen oder so? Na, das ist mal ein Felsspalt, ne? Da sollten wir auf gar keinen Fall runterfallen. Das ist also der geheime Ort meines Onkels. Oder Großvaters. Das ist besser gesagt. Sieht sehr geheim aus. Wir brauchen den Zigo. Wir brauchen dennungen drums dazu. Der Motor ist doch warm. Jemand hat es vor mir hierher geschafft. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Gott, wie steht der Welt? Das sieht aber sehr, äh... Oh, da ist das Schloss da oben. Warnung. Nicht betreten. Müssen wir vielleicht zum Schloss gehen? Das wäre ja geil. Das Grundstück meines Großvaters sollte hinter diesem alten Gebäude da oben liegen. Okay. Noch ein bisschen Entspannung hier, aber ich liebe diese Landschaft und die Wolken. Ey, guckt es euch an. Scheiße, dass es hier keinen richtigen Weg gibt. Was ist das, du Teufel? Was geht hier vor sich? Warum schneit es auf einmal hoch? Hier kommen wir nicht mehr her. Können wir da durch? Da! Mein Kopf! Was ist passiert? Hatte ich Halluzinationen? Ja, da kommen wir nicht weiter. Oder sind wir von da gekommen? Ne, das Schloss ist da oben. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, hier sind wir aber hergekommen. Okay, vielleicht gibt es einen anderen Weg auf die andere Seite. drücken. Drücken. Ah! Klar. Ja, das sieht sehr, äh, sehr stabil aus. Das machen wir doch glatt mal. Warum nicht? Das ist doch der Einzige, der quasi mit einem Fuß in der Luft stehen kann. Okay. Kinder macht sowas nicht nach, ja? Da oben sind auch noch ein Schloss. Da steht noch ein Wasserbehälter. Der ist aus The Land of Pain, dieser Wasserbehälter. Der kommt mir sehr bekannt vor. Haha. Okay. Verdammt, hier würde ich meine Kinder nicht spielen lassen, du. Hopp. Hier sieht es aber friedlich aus. Vielleicht verstecken sich hier geheime Statuen. Irgendwie kommt mir dieser Ort bekannt vor, auch wenn ich noch nie hier war. Egal, ich gehe wieder zurück auf den Weg. Oh, wir müssen sogar hierher. Oder hierher? Das sieht mir eher nach dem Weg aus. Oh, die Bäume, ey. Das ist alles so detailreich. Oh. Ja, hallo? Mal ein bisschen Licht. Sieht so aus, als ob wir keine andere Chance, als hier durch dieses Gemäuer zu gehen. Das hat alles ein bisschen was von Amnesia, finde ich. Was war da? Verdammt. Okay, wir müssen einen Weg hier rausfinden. Irgendwas schnauft da. Da. Okay, ich gehe doch hierher. Da ist wieder dieses grüne Zeug, so wie es aussieht. Ist das ein, ist das ein Fahrstuhl? Sie wird nicht anspringen. Sieht so aus, als hätte der Generator keinen Streibstoff. Ja, wer hätte das denn gedacht, hä? Wer hätte das gedacht? Aber da müssen wir hin. Okay. Flitzen wir zurück und durchsuchen mal diese Höhle. Tja, jetzt heißt es rechts oder links. Hm, hoch oder runter. Ich würde mal sagen... Okay, dadurch, dass ich jetzt genießt habe, heißt es hoch. Dankeschön übrigens, danke. Danke. Wahrscheinlich müssen wir auch eine Sicherung finden oder so. Oh, da geht's raus. Immerhin. Lagerfeuer. Okay. Aber ich will auch gucken, ob ich Benzin finde. Und diesen Fahrstuhl hochfahren kann. Wäre doch gelacht, wenn wir sowas nicht finden. Okay. Da hinten liegt was. Oh, ich hoffe, das hält hier alles. Eine Note. Tagebuch eines Forschers. Diese Gegend ist voller Geheimnisse. Wir sind alle aufgeregt. Nachts untersuchen wir den Himmel und diese mysteriösen Lichter, während wir tagsüber diese prächtigen Tunnel erkunden. Das ganze Gebiet ist voll von diesen unterirdischen Gewölben. Es wird Tage dauern, sie alle zu erkunden. Sie sind von unschätzbarem Wert. Wer weiß, welche uralten Entdeckungen wir tief im Inneren machen. Man sagt, es gab hier einst eine uralte unterirdische Städte, bewohnt von obskuren Kulten und verbunden durch ein Netzwerk aus Tunneln. Bis jetzt, wie auch immer, hat kein Mensch die Tiefen betreten, um der bizarren Geschichte auf den Grund zu gehen. Diese Tunnel sind wirklich sehr gefährlich, dass sie jeden Moment einstürzen könnten. Ganz zu schweigen von dem Risiko, eine dieser Schluchten zu fallen. Rosa hat mir ganz schön Angst gemacht, als sie meinte, sie hätte eine seltsame Stimme aus den Tiefen des Abgrunds gehört. Wer weiß, was sie wirklich gehört hat. Das war wahrscheinlich nur ein armes Tier, das irgendwo runtergefallen ist. Okay, da sollten wir nicht... Nein, besser nicht. Das ist auch der perfekte Ort, um so eine Nachricht zu hinterlassen. Okay, dann erstmal nichts hier raus. Scheinbar brauchen wir noch keinen Benzin. Das überrascht mich. Das Spiel ist nicht so linear, wie ich dachte und nicht so vorausschauend. Wir können jetzt scheinbar uns erstmal hier in diesem Stückchen umsehen. Da hinten ist ein Feuerchen. Aber überall ist dieser grüne Nebel. Oh. Einen kleinen See hier. Können wir schwimmen? Bestimmt. Konnten wir in The Land of Pain auch. Enttäuscht mich nicht. Schwimmen und Tauchen. Oh mein Gott. Ein Skelett. Gibt es hier eine Figur? Ein merkwürdiger Stein. Ein Grab. Mehrere Skelette, oder? Okay. Jetzt, wo wir einmal pitcht nass sind, können wir uns einmal im Feuer aufwärmen. Okay, es gibt doch Benzin. Neben dem Feuer. Was für eine gute Idee. Treibstoff. Alles klar. Sieht einfach so krass alles aus. Der Wahnsinn. Tagebuch eines Forschers. Wir haben einen wundervollen Platz zum Campen gefunden. Offenbar ist es genau hier zwischen diesen Bergen, wo es zu diesen seltsamen Ereignissen kommt. Letzte Nacht haben wir seltsame Lichter in den Wäldern gesehen. Die Geschichten, die man sich über diese Wälder erzählt, scheinen wahr zu sein. Aber wir haben sofort das Teleskop auf den Punkt ausgerichtet, an dem die Lichtstrahlen aufgetaucht waren. Und als wir hindurch sahen, konnte niemand von uns seinen Augen trauen. Wir waren alle geschockt. Wie war es möglich, dass dieser Planet so nah an der Erde war? Und wie kann es sein, dass er nun nicht mehr dort ist? Was wir gesehen haben, macht einfach keinen Sinn. Irgendetwas wirklich seltsames ist dort oben. Ein Planet? Drücke rechte Maustaste zum Beenden. Das da unten? Ich höre Geräusche. Mysteriös, mysteriös. Einfach den Müll hingeschmissen. Okay, das ist mal eine Schlucht, du. Ich würde jetzt einfach hier übernachten. Sieht so aus, als hätten wir alles, was wir brauchen. Au! Aua! Bitte nicht ins Feuer rennen. Hey, können wir da irgendwie hin? Ich glaube nicht. Oh, ich dachte, da steht einer, ey. Oh, es war nur ein Stein. Okay. Gucken wir mal, ob das alte Ding noch geht. Es ist echt cool so. Diese verschiedenen... Man rennt nicht nur in Höhlen rum, sondern man kommt auch mal wieder raus. Wow. Oh, wir sollten uns beeilen. Hier kann alles jeden Moment einstürzen. Okay. Das funktioniert. Ja, nichts. Sie weg hier. Oh! 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 Wahrscheinlich war da unten irgendwas. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Oh! Hier schön aufs Propangas, ne? Wow! Wow! Scheiße! Drück die linke Box, um den letzten Checkpoint zu lagen. Okay. Können wir nochmal gucken hier, ob da was steht. Achtung! Ne, stand keiner. Okay. Alles klar. Schnell weg von dem Teil. Es explodiert sonst. Boah! Boah! Scheiße! Das war ja knapp, ey. Okay, wo sind wir? Da oben ist das Schloss der Dimitrescu. Oh, hier führt eine Eisenbahn her. Interessant. Mensch, diese Landschaft ist einfach so scheiße liebenvoll gemacht. Das ist unglaublich. Ein Meisterwerk quasi. Und die Musik ist auch stimmig. Was war da? Untersuch. Was zur Hölle war da oben los? Wer war dieser Kerl? Ja, mit ein bisschen Mut und Anlauf könnte ich auf die andere Seite kommen. Wir versuchen es mal, ne? Was war da? Es dampft noch. Es raucht. Oh, okay. Au. Oh, okay. Alles gut. Alles gut. Wir haben es geschafft. Uns ist ein bisschen rot vor Augen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Abgeschwärt. Verdammt. Ich muss einen Weg finden, in den Zaun zu kommen. Ich hoffe, ich komme in das Gebäude. Ich hoffe, in dem Gebäude... Was ist etwas, das ich verwenden kann, um mich zu heilen? Okay. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch in dem Zaun. Hier sieht es nicht so aus. Versuchen wir mal die andere Richtung. Das sieht ja nicht so gut aus. Wie kommen wir da rüber? Vielleicht hier oben? Oder doch irgendwo hier? Bin ich nicht weit genug gegangen? Okay, gehen wir mal zurück. Was liegt da? Ein Stein. Okay, was muss ich finden? Muss ich doch hierher? Komm ich da nicht her? Nein. Okay, ich würde sagen, wir müssen doch irgendwas... Oh, ich kann nicht springen. Mein Bein ist gebrochen. Ich muss ein Pflaster finden. Okay, wir müssen irgendwie hier drüber kommen. Vielleicht können wir einen Baum drüber schubsen oder so. Wir sind ja Baumschubster von Beruf. Da hinten ist auch ein Baumstamm. Ach, das ist die Brücke, wo wir drüber gegangen sind. Okay. Ah, wir können... Oh, hierher. Au! Oh, nein! Ah! Ja, es sieht ja so aus, ob wir da irgendwie hinkommen, ne? Ich versuch's mal. Ja doch, guck mal, hier. Okay. Okay. Okay, das sieht gut aus. Ah, ja. Ach, da. Guck mal, tatsächlich. Der erste Gedanke war dann doch der richtige, ne? Jetzt hoffe ich, dass es hier schnell irgendwie was gibt. Sonst verbluten wir in der Hütte. Okay, was gibt's hier? Alte Tücher. Medizinschrank. Ah. Erste-Hilfe-Kasten. Huh. Was ein Ritt? Erste-Hilfe-Kasten ist alles, was ich gebraucht habe. Meinem Bein geht es jetzt besser. Super, wir haben das Bein geschienen mit den Schienen aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Ein bisschen Morphium rein. Und los geht's. Was liegt hier auf dem Tisch? Oh, guck mal, der Alien-Cube wird angebetet. Interessant, interessant. Ein Tape. Der Abgrund. Die äußere Welt. 15. April 1974. Wie? Das ist alles kaputt. Wie? Wie? shady. Die gruselige Geräusche einfach nur. Aber auch geflüstert. Merkwürdiges Geflüstert. Okay. Was zur Hölle ist in diesen Behältern? Ich kann es nicht sehen, es ist zu dunkel. Was haben wir hier? Seiten. Tagebuch von Großvater William. Wir haben so wenig Kenntnis von der Welt um uns herum. Die Visionen der heiligen Orte haben endlich begonnen. Die verzerrte Realität, die sie offenbaren, ist wahnsinnig faszinierend. Aber war das, was ich erlebt habe, real oder war das nur in meinem Kopf? Ich konnte ganz klar spüren, dass mein Körper dort war. Dass er Teil dieses Ortes war. Das nächste Mal werde ich alles mit meinem Diktiergerät aufnehmen. Ich will sicher gehen, dass das, was ich erlebt habe, nicht nur Einbildung war. Dieses heilige Artefakt besitzt unvorstellbare Macht. Ich hatte Glück, es zu finden, als ich alleine war. Es wäre Wahnsinn, wenn die anderen Mitglieder es in die Finger bekommen würden. Niemand muss davon erfahren. Schön, dass hier auch noch eine Kerze brennt. Okay. Hier liegt noch ordentlich Feuer. Oh, eine Axt. Yeah. Tatsächlich. Wir können endlich mal eine Axt nehmen. Halleluja. Was fällen wir? Wahrscheinlich einen Baum, um hier irgendwie wieder wegzukommen. Nee, das ist nicht der Weg. Okay, gehen wir mal weiter. Eine Tür im Felsen. Versperrt. Ich muss einen Weg in diese Höhle finden. Wer weiß, was mein Großvater da drin versteckt hat. Vielleicht kann ich hier den Baum fällen. Einfach nur verfahren? Nein? Oh, guck mal da. Was ist denn da? Bretter. Ah, alles klar. Ein Durchgang. Geh durch. Okay, wir sind in den Höhlen. Da geht's lang. Und hier geht's lang. Hier kommen wir wahrscheinlich zum Eingang. Okay. Die Tür ist weiterhin zu. Okay, das heißt, wir können tief in die Höhle reingehen. So, aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. So, willkommen zurück zu The Alien Cube. Und hier versuchen wir jetzt mal die Höhle des Großvaters zu erforschen. Und mal sehen, was er hier drin möglicherweise so versteckt. Und ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Vielleicht seht ihr das Ganze ja auch als Einteiler. Dann hoffe ich, dass euch das Spiel bis hierhin gefallen hat. Tagebuch. Tagebuch von Großvater William. Es ist alles wahr. Ich habe es geschafft, alles aufzunehmen. Das ist der Beweis, nach dem ich gesucht habe. Niemals hätte ich mir erträumt, dass ich einmal daran wandeln würde. In der äußeren Welt. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Eine Sache soll ich dabei jedoch nicht unterschätzen. Wenn ich sehen kann, kann ich auch gesehen werden. Das nächste Mal muss ich vorsichtiger sein, wenn ich tiefer gehen will. Irgendwas muss meine Gegenwart gespürt haben. Während der Erkundung habe ich eine fürchterliche und unheilvolle Präsenz gespürt, die ich mir immer noch nicht erklären kann. Dieser Blick. Ich spüre ihn noch immer auf mir. Selbst jetzt, während ich dieses Tagebuch schreibe. Okay, es geht nach unten. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Und die stimmen auch nicht. Gibt es hier oben was? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich hier runter gehen sollen. Was ist das? Ein uraltes Tor. Die innere Erde. Der Alien Q. Ist das der Krater? Geh mal drauf zu. Objekt aufheben. Gott, mein Kopf. Was ist mit mir passiert? Bin ich ohnmächtig geworden? Ich muss dieses seltsame Ding hier rausschaffen. Und es im Licht genauer untersuchen. Wo? Ich stehe hier mitten in der Pilzfarm. Ey. Okay. Ich muss erst mal gucken, wie ich wieder hier rauskomme. Ich habe ihn in der Hand. Deswegen leuchtet er. Ob das so schlau war? Ich gehe mal hier weiter. Was ist denn hier? Ein Spalt. Okay. Scheinbar ist das der Hauptweg. Oh. Ich dachte, hier gibt es vielleicht ein Secret. Das ist ein Secret. Ein Tor. Okay, ich bin draußen. Hä? Ich habe es geschafft. Es ist schon Nacht. Wie ist das möglich? Ich muss für mehrere Stunden weggetreten sein. Ich kehre besser in Onkel Edgars Wohnung zurück. Ich kann den Würfel dort untersuchen. Warum ist die Tür jetzt zu? Bin ich denn immer noch in dieser Welt? Wo bin ich denn hier? Oh, der Himmel ist so schön. Oh. Oh. Okay. Ja. Alles klar. Wow, die Wettereffekte. Wahnsinn. Okay, ich darf hier nicht runterfallen. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaube, guck mal, da hinten. Ich glaube, da hinten ist dieses Zelt. Kann das sein? Da oben ist scheinbar auch ein Radioturm oder so. Ich denke mal, wir müssen in die Richtung. Komm, nehmen wir einfach den Würfel des Bösen mit. Kein Problem. Es hat geblitzt. Und der Donner? Er ist so geil, wie das nachgezogen ist. Okay, wir haben einen Journal-Eintrag. Der Würfel. Dieser Gegenstand. Es ist dasselbe Ding, das ich auch in meinen Träumen gesehen habe. Wie ist das möglich? Ich spüre einen starken und anhaltenden Ruf, der von ihm ausgeht. Wie? Als würde ich etwas... Als würde etwas in ihm nach mir rufen. Und was genau ist da in der Höhle passiert? So etwas Intensives habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gefühlt. Ich muss für viele Stunden weggetreten sein. Als jetzt schon fast Nacht ist. Außerdem hatte ich seltsame Visionen. Sie werden schlimmer. Mein Gott. Werde ich verrückt? Ich muss mehr bei diesem Gegenstand herausfinden. Okay, das ist doch nicht das Zelt. Oh! Wir sollten auf jeden Fall uns sputen. Ach, wir sind wieder im Eingang. Okay. Dann kommen wir zum Auto zurück. Aber wo ist mein Auto? Es muss irgendwo hier stehen. Der Lastwagen ist weg. Der hier stand. Das heißt, er hat auch mein Auto gesehen. Ich hoffe, es steht noch hier irgendwo. Wo ist mein Auto? Mein Auto ist weg. Hier habe ich auch gesagt. Untersuchen. Wo ist mein Auto? Sollen wir vielleicht den Reifenspuren folgen oder sowas? Wird ich da noch mehr untersuchen? Nee. Okay. Was ist da? Ein altes Haus. Vielleicht übernachten wir da erst mal. Komm, vor dem Sturm. In Sicherheit. Wenn ich nur wüsste, wie man hier über diesen Krater kommt. Ich glaube, das wird nichts. Zurück zur Straße. Okay. Oh, krass. Ich habe noch nie so intensives Gewitter in einem Spiel erlebt. Richtig gut. Mein Gott. Ich hoffe, der Würfel zieht keine Blitze an. Kommen wir denn nicht irgendwie zu dem Haus? Ich sehe es nicht mal mehr. Okay. Es macht keinen Sinn, hier im Regen rumzurennen. Hier. Wir können hier rein. Nutz die Tür. Ja, bitte. Geht nicht. Okay. Okay. Was auch immer da rausgekommen ist. Aua. Okay. Wir laufen einfach mal. Da. Da können wir rein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. 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 Was? Habe ich mir das alles so eingebildet? Mein Auto ist wieder da. Guckt euch den Regen an, ey. Ist das geil. Mein Auto. Aber wie kann das sein, dass es vorher nicht hier war? War das überhaupt real? Ich verstehe nicht, was mit mir geschieht. Ich muss zurück zu Edgars Wohnung. Und mehr über diese seltsamen Artefakte rausfinden. Was für ein geiles Game, ey. Kapitel 4. Zurück in der Wohnung. Die Mitglieder des Ordens sind überall. Und jetzt wissen sie, dass ich im Besitz des Würfels bin. Ich hatte Glück, ihn zu finden, bevor sie es konnten. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein. Die Leute sind fanatisch. Und ich darf mich nicht von ihnen erwischen lassen. Ich bin mir sicher, dass ich in Edgars Wohnung mehr Informationen finden werde. Ich hoffe, dort ist es sicher. Okay, das hoffe ich auch. Das war in der Tat ein intensives Erlebnis. Weiß nicht, ob ich das in der Form schon mal in einem Spiel tatsächlich erlebt habe. Das war auf jeden Fall das beste Gewitter, was ich hier erlebt habe. Krass. Richtig, richtig cool. Und die Musik erinnert mich so an Amnesia. Gerade. Die Ladezeiten könnten kürzer sein. Die sind schon heftig. Vor allem mit SSD. Aber das können wir, glaube ich, verkraften bei dem Spiel. Okay. Wir haben immer noch den Würfel bei uns. Bevor ich damit beginne, in der Wohnung nach Hinweisen zu suchen, muss ich ein sicheres Versteck für den Würfel finden. Äh, okay. Ah. Der Dachboden. Warum nicht? Okay. Ein sicheres Versteck für den Würfel. Was meint ihr? Hier in diesem Schrank? Da kommen wir nicht hin. Ah ja. Den Würfel verstecken. Ich werde den Würfel hier so lange verstecken, bis ich meine Untersuchung in Edgards Wohnung abgeschlossen habe. Dort werde ich sicher die Antworten finden, nach denen ich suche. Great. Taschenlampe wäre nett. Kann ich noch einen Drink ziehen? Hey, aber da leuchtet noch irgendwas. Zeitung. Das Rätsel um das Verschwinden von Mitchell vertieft sich. Die Recherche wurden wegen schlechtem Wetter abgebrochen. Bild. Die Überreste von Edgar Mitchells verkohlter Hütte. Einen Moment nach dem Verschwinden von Edgar Mitchell hat die Polizei seinen voraussichtlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt seines Verschwindens ermittelt. Es wird vermutet, dass es die Familienhütte war. Eine kleine Hütte tief in den Bergen auf der Höhe von 1500 Metern. Das Gebäude wurde durch einen Brand vollständig zerstört. Die Ankunft der Spurensuche und der Suchteams in der Region war aufgrund der jüngsten starken Schneefälle besonders schwierig. Die Hütte kann nur zu Fuß über steile und anspruchsvolle Bergwege erreicht werden, die zu dieser Jahreszeit sehr gefährlich sind. Detective Damiano zufolge ist der Brandherd des Feuers klar. Das Feuer scheint aus dem Kamin heraus entstanden zu sein, der lange Zeit unbeaufsichtigt geblieben war. Reminder, das ist die Berghütte aus The Land of Pain. Wir haben das Kaminfeuer angemacht. Vor der Hütte wurden reichlich Blutspuren gefunden, was darauf deutet, dass Edgar verwundet wurde. Wahrscheinlich während des Brandes. Den Spuren zufolge, die er in Richtung dem Wald hinterlassen hatte, liefen jedoch keine Hinweise. Die anfangs deutlichen Spuren, die von der Hütte aus in den Wald führten, brachten leider keine weiteren Erkenntnisse. Obwohl sie anfangs deutlich zu erkennen waren, verschwanden diese plötzlich auf unerklärliche Weise. Ein weiteres Rätsel macht den Fall noch komplizierter. Edgars Spuren sind nicht die einzigen vor Ort gefunden, die gefunden wurden. Die Polizei hat andere Spuren neben seinen gefunden. Aber ihre Herkunft und Form sind unklar. Detective Damiano durfte nur wenige Informationen preisgeben, aber er beschreibt die Fußabdrücke als von etwas Riesigem und sehr Schwerem gemacht. Heute wurde die Suche wegen des schlechten Werders abgebrochen, was wohl darauf hindeutet, dass es kaum eine Chance gibt, Edgar noch lebend in den Bergen zu finden, wo die Temperaturen derzeit deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Okay. Ähm, okay. Ähm. Oh Gott. Fuck. Okay. Ist das die Nachbarwohnung, wo wir aus dem Scheißhaus rausgeklettert sind? Ich glaube schon. Oh, die zweite Statue. Na, sieh mal eine an. Das waren bestimmt nur die Nachbarn. Ich mache erst mal zu. Wir können hier weniger anspruchsvoll alles auseinanderräumen. Ja, das ist hier. Das ist hier bei den Nachbarn. Hatte ich die Statue nicht gefunden? Die Dokumente hatten wir schon gelesen. Hier sind wir aus dem Klo gekrochen bekommen. Ja, ja. Verschlossen. Natürlich. Wir können jetzt hier durch die Wohnung zurück. Gibt es noch was Neues? Komm, gehen wir hierher durch die Wohnung zurück. Okay. Kommt die Geräusche her? Vom Dachboden? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja, wenigstens haben wir eine. Untersuchen. Ich kann etwas Seltsames fühlen, wenn ich mich diesem Spiegel näher. Tagebuch hatten wir schon. Seite. Tagebuch. Das hatten wir alles schon. Gibt es hier noch... Oh, oh. Okay. Schade. Gut, gucken wir mal, was die Statue hier ausrichten können. Aber wie rum gehörte sie? Das müsste eigentlich das... Bitte bleib an. Ja. Unter dem Gemälde ist ein Merkwideriss. Vielleicht kenne ich es... Ich kann es nicht bewegen. Es ist in der Wand befestigt. Okay. Ich schätze, wir müssen hier... ...die richtig ausrichten. Das war ja so rum richtig. Musste das so rum? Ansonsten müssen wir gleich nochmal gucken. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Nachbarwohnung. Cool, wie dieses Ding jetzt dem Zwerg Angst macht. Das war doch vorher nicht da, oder? Das ist übrigens der Half-Life-Zwerg. Glaube ich zumindest. Mensch, das ist ja... Wieso ist die Tür auf? Ich habe die Tür zugemacht. Ich habe die Tür doch zugemacht. Warum ist die jetzt wieder auf? Okay. Mal gucken. Das Pferd schaut in Richtung Stuhl. Da ist das Bild. Da ist der Spiegel. Ich sehe aber keinen Hinweis da. Da ist die Klappe. Warum keinen Hinweis zum zweiten Pferd? Vielleicht gibt es hier einen Hinweis, wie das Pferd gestellt sein soll. Oder wir müssen es einfach ausprobieren. Das muss auf jeden Fall richtig sein, so rum. Ja, das schaut in die Richtung. Hm. Okay. Da ist auch noch ein Hund. Vielleicht gibt es hier noch einen Hinweis. Vielleicht müssen die Pferde sich aber auch angucken. Also doch. Gemälde versenken. Ein Tape und ein Safe. Kassette. Die äußere Welt. 14. Mai 1974. 14. Mai 1974. Man hört einfach was grunzen im Hintergrund. Deine Mutter. Hebel. Da ist ein Hebel. Was zum Teufel. Da ist irgendwas aus dem Spiegel gekrochen. Was ist hier passiert? Diese ekelhafte Substanz scheint aus dem Spiegel gekommen zu sein. Und dann über das... Seite. Achso. Die hatten wir schon. Was ist auf dem Dachboden? Das Geräusch kommt von da oben. Das Geräusch kommt von da oben. Aber die Klappe ist verschlossen. Okay. Was hat denn jetzt... Ah, diese Tür wurde geöffnet. Ach du Scheiße. Eine Geheimtür. Wow. Das sieht mal creepy aus. Fotos. 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 Da kann man nicht wirklich was drauf erkennen. Ein Tor. Da sind wir doch rausgekommen. Kiste. Okay. Die Kiste ist mit einem seltsamen Mechanismus gesichert. Ich muss sie irgendwie aufbrechen. Junge, Junge. Okay. Okay. Ähm... Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ein alter Computer. Tagebuch. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. War das hier wirklich das geheime Versteck meines Vaters? Es ist schwer zu glauben, aber alles deutet darauf hin. Ich habe versucht, so viel wie eben möglich hierher zu bringen, um es hier genauer untersuchen zu können. Viele seiner Notizen sind in einer Sprache geschrieben, die ich nicht erkenne. Oder kenne. Aber es ist seine Handschrift. Da bin ich mir sicher. Diese bizarren Fotos hingegen sorgen aber für nur noch mehr Fragen. Diese Landschaften sind so surreal. Und was zur Hölle sind das für riesige Strukturen da im Hintergrund? Es sieht so aus, als hätte mein Vater ein uraltes Artefakt, sowie dessen Verbindung zu einigen mysteriösen Orten, die von irgendwelchen schrecklichen Kreaturen bewohnt werden, untersucht. Aber was hat das alles zu bedeuten? Woran hat er wirklich gearbeitet? In dem Schuppen waren einige seltsame Statuetten und auch alte Kassetten. Ich habe sie hergebracht, um sie genauer zu untersuchen. Jemand ist in der Wohnung. Der Wankschrank, da kann ich mich verstecken. Geh einfach wieder. Ist das sicher, um herauszukommen? Haha! Also dieses Spiel macht vieles wirklich richtig. Das muss ich jetzt mal so anmerken. Okay, ich verschwinde. Da ist auch noch eine Kassette, aber nur Tagebuch können wir hier öffnen. Okay. Jemand hat sich alle Bücher angesehen. Die lagen vorher nicht auf dem Boden. Okay. Okay. Diese Schubladen vorher nicht so. Jemand ist hier gewesen, als ich weg war. Funktioniert nicht. Das Gefühl, hier ist noch einer in der Wohnung, du. Was ist denn hier? Nichts schrecklich. Okay, okay. 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 Der Dachboden ist auf. Ich brauche etwas Privatsphäre hier. Ob das Ding weg ist, das hier auf dem Dachboden war. Okay. Oh! Hallo. Es ist einfach so dunkel. Ich sehe nichts. Da hinten ist was. Da leuchtet was. Was ist da? Ein Tape. Kassette. 17. Mai 1974. Die Geräusche werden auf jeden Fall klarer. Er kommt immer näher zu diesem Ding. Ich vermute ja, es ist Cthulhu. Ich bin. Okay. Können wir das Tagebuch auch noch? Nur Kassette. Okay, da hinten können wir irgendwie noch hin. Was gibt es in dieser Ecke? Ein Telefon! Ich hoffe, du klingelst nicht. Okay, was geht hier ab? Untersuche. Hm, was für eine seltsame Maschinerie. Was, wenn ich den Würfel hier platziere? Ob das so klug ist? Hier gibt es zumindest einen Schrank, das wir jetzt nochmal verstecken können. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Dieser seltsame Apparat ist der Gegenstand aus dem Geheimversteck meines Vaters, der mir am meisten Rätsel aufgibt. Was ist seine Funktion? Es scheint, als könne man ihr damit ein kleines magisches Feld aufbauen. Aber irgendwas fehlt hier definitiv. Neben dem Versteck war ein uraltes Metalltor. Aber es war nicht möglich, es zu öffnen. Es scheint dahinter tiefer in den Berg hinein zu gehen. Und das, was ich brauche, ist wahrscheinlich genau dort. Das ganze Gebiet ist voll von alten Tunneln und Korridoren. Man sagt, dass es in diesen Bergen ein riesiges Netz unterösscher Durchgänge gibt, die sich über viele Meilen erstrecken. Aber wo ich so darüber nachdenke, die Familienhütte ist nicht besonders weit davon entfernt. Sie befindet sich direkt auf dem Gipfel dieses Berges. Was, wenn irgendwie alles durch diese Tunnel verbunden wäre? Sind dort vielleicht noch mehr davon? Ich sollte erst einmal zur Hütte gehen, um das zu überprüfen. Ich werde früh am Morgen aufbrechen. Ein altes Bild der Hütte meiner Familie. Ja, das ist ziemlich definitiv die Hütte aus The Land of Pain. So soll es sein. Okay. Dann holen wir mal den Würfel, ne? Guck mal, hier ist auch eine Anleitung. Kann ich nicht so gut lesen, aber okay. Okay. Gibt es noch irgendwelche Secrets? Statuen oder so? Ich habe nur eine gefunden. Ist doch ziemlich, ziemlich enttäuschend. Oh Gott, ey. Ja. Dann sollten wir jetzt ganz heimlich und flink mal den Würfel holen. Machen die Tür mal zu. Ach, guck mal, das geht nur so weit zu. Man hört Geräusch hier aus der Tür. Krieg ich eigentlich hier runter? Es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Okay. Der Teppich macht mir Angst. Okay. Hol den Würfel. Oh Gott, ich fühle mich so verfolgt, ey. Ist das nicht meine Tür? Klar ist das meine Tür. Warum ist die zu? Muss ich durch diese hier? Wäre jetzt auch viel zu einfach. Wenn wir einfach wieder durch die Tür zurückgehen könnten. Okay. Hey, wir haben jetzt Licht. Jetzt können wir den Dachboden ein bisschen genauer untersuchen. Ja, da liegt ein alter Hut. Leiter. Sehr schön. Irgendwo eine Statue, die wir mitnehmen können? Nur das Tape. Da hinten vielleicht noch. Ah. Ne, das ist das Telefon. Und ein Pergament. Hier liegt ja echt viel Kram rum. Das muss man ja mal sagen. Und da war auch nichts mehr. Okay. Sind wir mal mutig, wa? Das jetzt so eine gute Idee ist. Ah. 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 Sehen wir immer noch auf dem Dachboden? Oh. Wir haben den Dachboden kaputt gemacht. Ich dachte, da wären neue Infos. Oh. Oh. Oh Gott. Das war sicherlich eine sehr gute Idee, da reinzuspringen. Okay. Okay. Es war alles nur ein Traum. Das sind nur irgendwelche komischen Visionen. Der Würfel ist weg. Dein Kopf. Lebe ich noch? Oh. Oh. Der Würfel ist verschwunden. Was ist mit mir passiert? Der Würfel ist verschwunden. Wo ist der hin? Untersuchen. Wie ist das möglich? Er ist weg. Okay. Okay. Hat sich sonst noch was verändert hier? Gehen wir mal runter. Hallo. Hä? Wer zum Teufel hat die Türen zugenagelt? Was zum Teufel? Oh. Da. Cthulhu. Ich sag's euch, Leute. Das ist verschlossen. Mein Glück. Ich mag die Geräusche, die von dort kommen, eher nicht. Der sitzt aber schon länger hier, hä? Kann ich die Laterne mitnehmen? Was ist hier passiert? Was für ein Ort ist das? Oh Gott. Träume ich? Da sollten wir aufpassen. Guck mal, wie viele Leichen da schon liegen. Ach du Scheiße. Und da kommen wir nicht drüber. Okay, rauf. Oder runter. Oh, scheiße. Ich bin erstmal für aufwärts. Okay, hier gibt es ein bisschen viel Licht. Das ist seltsam. Das Feuer strahlt keinerlei Hitze aus. Es scheint eine Art Mechanismus zu benötigen, um es zu öffnen. Ah, okay. Ein Hebel. Dann müssen wir doch mal da runter. Also. Das war's. Das ist das. Oh, okay. Das ist das. 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 Ja, das ist das. Das ist, das erinnert mich wirklich stark an Amnesia alles gerade. Okay. Ja, schön. Gefängniszellen. Was ist alles mit denen passiert? Oh Gott. Was benutze? Geh nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier viel Glück haben. Das war nur ein Hund. Überlegen die Leichen. Ja, alles voller Leichen. Wir haben keine Möglichkeit. Wir müssen hierher. Hallo Hundi. Ich glaube, dieses Rad, dieses Messerrad, das ist über uns. Wo ist noch irgendeins hier versteckt? Das ist einfach zu dunkel in der Ecke. Ah, ne, da hinten. Guck mal. Okay, lass mich raten. Wir holen da hinten den Hebel und dann kommt da was Großes raus. Wir müssen hochrennen. An dieser Messers Schneide vorbei. Ah ja, guck mal. Diese Maschinen sind riesig. Wer könnte so was gebaut haben? Ich brauch so einen Hebel. Wofür ist das alles? Was, wenn ich versuche, die Zahnräder anzuhalten? Aber wie? Vielleicht, indem ich da was zwischenschmeiße. Okay, mal gucken. Vielleicht finde ich hier irgendwo was. Ist diese Stange hier gerade runtergefallen? Eisenstange. Ah, was für ein Zufall. Das ist bestimmt eine super Idee hier, die Zahnräder anzuhalten. Vielleicht dreht sich jetzt oben das Teil nicht mehr. Und, kommt einer raus? Okay, kommt keiner. Oh. Aua, aua, aua. Oh, scheiße, ey. Okay, das Ding hat sich aufgehört zu drehen. Heiliger Bim Bam. Oh Gott, was ist das für eine Kreatur? Was haben sie mit ihr gemacht? Ich muss den Hebel nehmen. Ich muss den Hebel nehmen. Wer schreit da? Da oben? Hallo? Geht es Ihnen gut? Ach, sie hängen nur rum. Okay. Dann will ich sie nicht weiter stören. Ich muss mir einen hebeln. Ganz oben? Oh Mann, ey. Okay. So, wir könnten jetzt, wir könnten hierher. Wie es scheint. Das mache ich auch direkt. Mehr Leichen liegen hier rum. Frisch abgehangen. Kann ich da rein? Ist das sicher, eine Dusche zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ist eh zu. Okay. Also, es sieht heiß aus. Ich gehe da besser nicht rein. Ich denke mal, ich denke mal, ich muss das irgendwie abstellen. Ich muss diesen Rohren folgen. Ah, ich verstehe. Ich muss da wahrscheinlich das abdrehen. Ich brauche aber erst irgendwas. Um da drauf zu kommen. Ein Brett oder so. Mal sehen, was wir da hinten in dem Weg noch finden. Ich hoffe echt, wir werden nicht verfolgt jetzt noch hier. Okay. Wie flüstert du da was? Das sieht wie meine Forderung aus. Okay. Okay. Ein Hammer. Gut. Ich habe einen Hammer. Was ich damit jetzt tun kann, weiß ich noch nicht. Okay. Aber ich vermute mal, wir müssen damit das Ohr freihämmern, oder so. Komm. ? Okay. 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 Hm. Was können wir mit dem Hammer machen? Darunter würde ich jetzt unbedingt nicht springen. So können wir hier seitlich hin. Können wir. Okay, dann können wir das Rad aber nicht drehen. Nein, 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 nein. Okay. Habe ich den Hammer schon? Habe ich noch nicht. Okay, dann wäre die nächste Idee, vielleicht können wir doch durchs heiße Wasser durch. Wenn es denn heißes Wasser ist. Ich habe mich bisher nicht getraut, aber da wir jetzt eh gestorben sind, tut das auch nichts mehr zur Sache. Ah, komm schon. Vielleicht müssen wir da irgendwie drauf springen. Da oben kommt man ja auch hin. Ich gehe mal da durch. Okay, es ist heiß, aber wir kommen durch. Okay. Oh mein Gott. Was zur... Wie ist das möglich? Wo bin ich? Oh, ein Schlüssel. Sieht aus, ob ich irgendwo im Universum bin oder so. Welche Tür kommen wir rein? Wahrscheinlich die, wo das Fisch letztens war. Nein. Hä? Wo war denn noch eine Tür? War da noch eine Tür? Warte mal, irgendwie zu dem Hauptraum wieder zurück. War doch hier. War hier doch noch eine Tür. Ich bin verwirrt. Ja, doch da hinten, ne? Da hinten waren wir... Ja, da. Ja, klar. Da links war noch eine Tür. Hier. Aber hier rannte ein Monster rum. Ah, wir sind jetzt oben auf der Brücke. Gerade eben waren wir noch da hinten. Jetzt sind wir hier. Okay. Was? Ein Telefon? Was für ein Sinn ergibt das? Was? Was? Warte mal, hier kann man auch noch hin. Gibt es hier eine Statue? Hallo? Oh! Schwing den Hammer! Okay, wo müssen wir entlang? Was? Oh! Wie hoch? Okay, ich schätze, das Monster müsste jetzt auf uns zurennen. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht hier drüber, auf die Brücke? Darunter? Nee, auch nicht auf die Brücke. Es tut mir leid, dass wir jetzt da noch die Telefonszene neu machen müssen. Okay, ich weiß nicht, ob es da ein Bug ist. Ah, ich glaube, wir mussten da hinrennen, damit das Viech weg ist. Ah, okay, okay, okay. Noch ein weiterer Bug, den ich Alessandro sagen kann. Okay. Gibt es denn sonst keine Möglichkeit? Ich weiß, ich weiß schon tausendmal, aber... Okay, gucken wir mal nochmal zurück, ob sich jetzt irgendwas verändert hat. Möglicherweise brauchen wir den Hammer dafür. Okay, ich schätze mal, es leitet uns. Vielleicht setzt jetzt die andere Tür auf. So viele Orte gibt es ja jetzt gar nicht mehr, wo wir noch hin können. Ja, okay, ich versuch's nochmal hier. Gut. Dann muss ich wohl über diese magischen Steine treten, nicht wahr? und dann ist es vorbei. Ist es vorbei? Der Kerker. Was war das für ein verrückter Ort? Hatte ich eine weitere Vision? Nein, das, was ich da erlebe, kann unmöglich Einbildung sein. Der Ort war real und ich war wirklich dort. Da bin ich mir sicher. Es war, als würde ich in einer anderen Realität leben, als wäre ich gefangen in einem endlosen Albtraum. Der Würfel muss für das alles verantwortlich sein. Was ist sein eigentlicher Zweck? Wer hat ihn gemacht? Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Hammer? Gab es eine verrammelte Tür oder so? Ist der Würfel jetzt noch da oder ist er jetzt immer noch weg? Das ist jetzt auch noch die Frage, ne? Der Würfel ist verschwunden. Ich muss ihn finden, um jeden Preis. Aber wie? Ich muss nur zu der alten Hütte gehen, in der Edgar verschwunden ist. Dort werde ich bestimmt mehr Antworten finden. Okay. Check. Ob mir der Hammer dabei hilft? Ich überlege gerade, ob es vielleicht irgendwas hier gibt, wofür man den Hammer noch benutzen könnte. Vielleicht in einer anderen Wohnung, wenn ich denn noch rauskomme. Das ist doch auch neu jetzt hier, das da, oder? Diese Schleimspuren jetzt am Boden. Schade. Ich dachte, ich könnte den Hammer irgendwie benutzen. Aber er sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal... Gehen wir mal raus, ne? Kapitel 5. Oh, die Tankstelle. Ja, nice. Ich bekomme diesen Ort einfach nicht aus meinem Kopf. Was ich gesehen habe, spuckt mir schon den ganzen Tag durch den Kopf. Edgars Hütte muss hier irgendwo in diesen Bergen sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so hoch oben war. Hier liegt eine Menge Schnee und draußen ist es eiskalt. Da vorne sollte eine Tankstelle sein, aber ein ungestützter Baum versperrt die Straße. Ich muss das Auto hier stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Alright, okay. Also, ich finde es mega spannend bisher. Doch die Zeit nähert sich dem Ende. Ich verschlucke mich nochmal kurz. Zum Ende. Ja, und damit würde ich sagen... Guck mal, irgendwann was passiert. Da sind wir jetzt in der Schneelandschaft und machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, da sind wir wieder zurück bei The Alien Cube und wir befinden uns auf dieser Straße. Ein Baum versperrt uns leider die Straße und wir müssen jetzt zusehen, dass wir zu Fuß weitergehen und die Hütte des Onkels finden, um dort mehr Antworten über den Würfel zu finden. Da sollten wir aufpassen. So, ich hoffe, wir sind dick angezogen, haben eine Thermoskanne Kakao dabei und sowas. Und wie gesagt, es müsste eigentlich die Hütte aus The Land of Pain sein. Die aber dann eigentlich abgebrannt ist, so wie ich das verstehe. Also, hm. Wir werden sehen. Okay, ich mach mal ein bisschen. Okay, die Wölfe jagen heute Nacht. Wir sollten uns beeilen. Nicht, dass wir das Fleisch sind. Ah, hier wird's schon freundlicher. Hätte ich doch jetzt ein Auto. Ah, die Tankstelle. Da sind wir ja. Ist das nicht wieder dieser LKW? Kann ich da hochspringen? Ich kann. Hui. Das muss Erdgaswagen sein. Warum liegt der Würfel hier? Was ist das für ein Shit? Zeitung. 13. September 1999. Seltsame Sichtungen in Black Hill. Ein LKW-Fahrer, der an einer Tankstelle in Black Hill Halt machte, behauptet, am 5. August seltsame Lichter am Nachthimmel gesehen zu haben. In derselben Nacht, der Jane Merton, 34 Mutter zweier Mädchen, spurlos verschwunden war. Sein Bericht stimmt mit den vieler anderer Ortsansässigen überein. Shirley Harrison eingeschlossen, welche uns Folgendes erzählte. In dieser Nacht sah ich einen großen Blitz am Himmel. Es war ca. 2.15 Uhr. Frau Harrison fügte hinzu, sie hätte eine Stunde später einen entsetzlichen Schrei in den Wäldern gehört. Hinten ist eine verschlossene Kiste. Okay, Auto. Das Auto ist abgeschlossen. Ich möchte es beim Versuch, es zu öffnen, nicht kaputt machen. Hinten ist eine Kiste. Ich könnte versuchen, sie zu öffnen. Okay. Ich brauche aber ein Werkzeug dafür. Vielleicht ein Brecheisen. Oder sonst irgendwie was. Was haben wir denn hier? Nichts. Die Gähne der Leere. Was ist da? Okay, hier kommt man irgendwie... Durch den Zaun. Hinten zur Hütte vielleicht. Okay. Wir gucken uns erstmal die Tankstelle an. Dann gehen wir hier durch den Zaun und versuchen da oben zur Hütte zu kommen. Das scheint ja irgendwie verbunden zu sein hier. Ich hoffe, in der Tankstelle arbeitet noch jemand. Tankstellenhorror. Hurra. Wir gucken erstmal, was die Benzinpreise machen. Das ist bestimmt nur Ketchup. Oder Rost. Okay, die Tankstelle sieht so aus, als ob sie schon länger nicht mehr benutzt wurde. So seit den 50ern. Sieht auch nicht wirklich so aus, als ob wir da reinkommen können. Vielleicht hinten irgendwo? Hinter Eingang? Sieht auch nicht so gut aus. Okay. Mal sehen, ob wir hier irgendwie zur Hütte kommen. Okay. Folgen wir einfach mal diesen Leitungen. Die da in der Luft schweben. Und da. Überall. Wie kommen wir denn da hoch? Oh, ein alter Brunnen. Was? Hab ich von unten gerade einen Stirn gehört? Wie komme ich denn zu der Hütte da oben? Wie kommt irgendjemand überhaupt zu der Hütte da oben? Wie? Hopp. 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 Okay, gehen wir mal rein. Und sicherstellen, dass niemand weitere Fragen stellt. Die hohe Priesterin würdigt unseren Einsatz und erneut waren ihre Weisungen unentbehrlich. Sie ist unsere aller Mutter und ihre Weisheit führt uns über Generationen hinweg. Zum Lohn werde ich und einige andere auserwählte, die erste Stufe der Transformation zu erleben. Achso, zum Schlohn wurden ich und einige andere auserwählt, die erste Stufe der Transformation zu erleben. Auf diesem Weg werden wir stärker und unsere Körper werden viel langsamer altern. Nichtsdestotrotz müssen wir uns selbst von der Öffentlichkeit isolieren und die nächsten Tage in unserem Unterschlupf auf den Tag der Offenbarung warten. Great, das klingt doch nach einem Plan. So richtig Party. Was haben wir noch? Oh nein, schon wieder Leichen. Zange. Oh mein Gott, er ist tot. Das kann nicht lange her sein, dass er getötet wurde. Das Blut ist doch frisch. Nicht so laut schnarchen da. Okay, Zange. Was, was? Oh, damit kriegen wir die Kiste. Oh. Oh. All right. Okay. Ja, da können wir uns jetzt mal verpissen. Okay. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich hier mit der Zange... Wofür war der Hammer? Wir haben den Hammer nicht mehr. Das war sicher, um irgendwo reinzukommen. Okay. Das wurmt mich. Wir haben ein Secret verpasst. Okay, komm. Machen wir erstmal die Kiste auf. Und dann gehen wir die Straße da vorne weiter. Wer weiß, was wir in der Kiste finden. Vielleicht mehr Antworten. Oh Gott, ist das nebelig. Hopp. Das klingt gut. Toll. Eine Tagebuchseite. Deswegen bin ich hier. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Das gesamte Gebiet um die Tankstelle wurde eingezäunt, womit der kürzeste Weg versperrt ist. Aber das ist kein Problem. Ab hier werde ich zu Fuß weitergehen und dann werde ich ein paar Tage in der Hütte verbringen. Wenn meine Theorie zu den Tunneln stimmt, sollte ich mehr davon finden können und vielleicht sogar in der Nähe der Hütte. Mein Vater hat in seinen Notizen oft erwähnt, dass er hierher kommen müsste, wie als hätte er jemanden treffen müssen. Haben sich er und andere Mitglieder des Ordens hier irgendwo in den Wäldern getroffen? Haben sie diese alten Tunnel genutzt? Es scheint, als würde dieser Ort seit tausenden von Jahren existieren. Und als würde nur die ältesten Familienmitglieder an den Versammlungen teilnehmen. Seite, 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 nur Seiten. Mal schauen, wo wir denn herkommen, wenn wir hier die Straße weiter geradeaus gehen. Das sieht nach einem Tunnel aus. Aber möchte ich da wirklich durch? Es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Okay, schade. Schade, dass es keinen Grund gibt, diesen Weg zu nehmen. Müssen wir doch irgendwo zu dem Haus da hinten? Gibt es einen Grund, diesen Weg zu nehmen? Ach nee, da ist wieder der Tunnel. Okay. Gucken wir mal nochmal, ob wir irgendwie... Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Nein. Ah, doch, guck mal. Oh, doch, da ist was. Eine Statue. Du hast ein Geheimnis gefunden. Kommen wir hier nicht irgendwie drauf? Sieht nicht so aus. Ich wette, der Hammer war auch für ein Geheimnis. So, was können wir denn noch aufknipsen hier? Ich will mehr aufknipsen. Die Tankstelle? Nein, wir müssen irgendwie zu dem Haus kommen. Zeitung. Wir müssen irgendwie da hoch. Vielleicht hier. Ich glaube, hier soll man nicht hin. Nicht zu dem Haus? Vielleicht gibt es noch was anderes in dem Haus. Also in dem anderen Haus, wo ich gerade war. Kann ich das Auto noch aufmachen? Knacken? Nee, das hatte ich schon. Okay. Dann gehen wir nochmal zum zweiten Haus zurück. Vielleicht müssen wir gucken, wo die Leitungen noch so hergehen. So, hier definitiv auch noch ein Weg. Vielleicht müssen wir den Baum wieder umschubsen. Ja, so wird es sein. Nein. Ich will da oben hin. Huch. Nein. Oh, Glück gehabt. Das ist jetzt wieder was von Until Dawn hier. Ah, untersuchen. Ich dachte, wir könnten den noch hochziehen in den Brunnen. Okay. Es muss was bei dem Haus sein. Dann gucken wir mal unten. Da kommen wir irgendwie hier über die Heubalken hoch. Hier gibt das Sinn. Ne, mehr kann man hier nicht mehr. Hä? Hä? Okay, dann weiß ich nicht, wo wir langen müssen. Aua. Ne, ganz sicher nicht. Okay. Vielleicht zurück zu unserem Auto, aber das kann auch nicht sein. Also Fakt ist, wir mussten mit dem Teil zurück zum Auto, um den Zettel zu finden. Und jetzt müssen wir eine Art Geheimweg finden. Es müsste doch noch eine Möglichkeit geben, hier oben drauf zu kommen, oder? Hm. Gucken wir nochmal da hinten. Vielleicht ist da doch ein Tor oder so, wo wir durchgehen können. Tor. Ah. Ah. Das war extra fett beleuchtet, ne? Für die ganz Doofen. Also für mich. Okay. Dann ist das hier der Geheimweg. Kommen wir da vielleicht zur Hütte. Hm, sieht nicht so aus. Noch ein Haus. Das ist alles so verlassen. Wie kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Nein, kommen wir nicht. Oh, okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Warum liegt hier so viel Stuff? Heute nicht, Pfiffi. Hoffentlich hat sie nicht erwischt. Okay, der scheiß Schneesturm wird immer dichter. Was? Ja, geil. Ach, wie süß. Süß. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich fühle mich die ganze Zeit beobachtet. Verfolgt. Ich höre den Ruf des Würfels. Dieses Ding soll einen unerträglichen Gestank ab. Ist das ein Kopf? Das ist ein Kopf. Party. Was ist passiert? Ich hatte hier eine schreckliche Vision. Ich befürchte, wir sind wieder ein Hirsch oder so. Hier ist noch ein Treppchen. Oh, was ist das denn? Kleines Steinhütchen. War die gerade schon da? Und das Ding? Oh, hier ist Ende. Die Schneeverwägung hindert mich daran, weiterzugehen. Okay, ja und? Okay, jetzt natürlich hier runterspringen, hm? Ob das jetzt so schlau ist. Gibt es irgendwas hier drin noch? Ich habe es gefunden. Guck mal, hier ist eine Schaufel. Ja. Mit der Schaufel kommen wir weiter. Können wir uns den Weg freischaufeln? Ich habe nochmal geladen, weil ich geguckt habe, dass ich irgendwie was verpasst habe oder sowas. Ja, jetzt können wir uns hier freischaufeln. Ist natürlich viel logischer, als wenn man die Leiter nehmen würde und danach hochklettern würde. Aber na gut. Dauert eine Weile, aber okay. Wir können uns zumindest einen kleinen Weg durchschaufeln hier. So, das war hart. Es ist ein bisschen schwierig, dass man Objekte nicht direkt erkennt, die man aufnehmen kann. Ist ja vielleicht besser. So, ich hoffe, wir kommen noch zur Hütte heute. Zumindest ist da eine. Ich weiß aber nicht, ob es die Hütte ist. Eine Tagebuchseite. Tagebuchern ist Mitglieds der Ordnung. Wir haben die Kreatur erneut gesichtet. An dem Tag, an dem Edgar verschwand, haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Es ist ein prächtiges Exemplar, das sich sehr schnell entwickelt. Sein Wachstum ist bemerkenswert und schon bald wird es eine endgültige Form offenbaren. Die heiligen Schriften erzählen von ähnlichen Kreaturen, die von den alten Göttern gesandt wurden, um Menschen zu bestrafen. Oha, bestrafe mich. Ist da eine Fußspur da vorne? Ich mag diese Brücke nicht. Ich habe das Gefühl, es wird immer finsterer hier. Was ist da hinten? Das sah so rund aus. Wie eine Kuppel oder so. Irgendwas hat sich hier durchgewütet. Und ich glaube auch schon was. Ist das eine Brücke oder so. Ist jetzt die Frage, ob wir hier lang müssen oder Richtung Brücke? Jep. Die Frage wurde mir beantwortet. Okay, ich schätze, wir müssen irgendwie da hoch. Der verbrannte Wald, du. Kolat lässt grüßen. Es ist schon sechs Jahre her, dass ich Kolat gespielt habe. Und doch kann ich mich an alles erinnern. Okay. Irgendwie müssen wir doch da hoch, oder? Oh, ja, ja. Das Wasser ist eiskalt. Ich muss hier schnellstens raus. Okay, alles klar. Ich wollte es ja nur probieren. Da ist so eine Art Zaun. Ich glaube, da müssen wir lang. Für die Doofen wieder. Also mich. Oh. Und eine Kirche. Oder sowas naht. Nice. Oh, da haben sie einen gehangen. Das ist mal eine Kirche. Okay, wer mein Tagebuch eintragt. Die Kreatur in den Wäldern. Hat so ein bisschen was von nordischer Mythologie, finde ich jetzt gerade. Gar nicht so Cthulhu-mäßig. Die Kreatur in den Wäldern. Diese fürchterliche Kreatur. Nein. Das kann nicht real sein. Das ist unmöglich. Ich kann Vision und Realität nicht mehr auseinanderhalten. Mein Verstand tritt durch. Ich verliere die Kontrolle. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Der Ruf wird stärker. Der Würfel muss ganz nah sein. Dieses gesamte Gebiet scheint unter Kontrolle des Ordens zu stehen. Und so wie es aussieht, ist Edgars Hütte im Zentrum ihres Territoriums. Scheinbar wusste er nichts davon. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass er es nicht wusste? Die Hütte gehörte Großvater William. War es ein weiteres Geheimversteck, in dem er sich mit anderen Mitgliedern des Ordens traf? Ich muss diesen Ort erreichen. Aber ich muss äußerst vorsichtig sein. Sie wissen, dass ich hier bin. Okay. Oh, der Friedhof. Nice. Das ist etwas Schöneres als ein nächtlicher Spaziergang auf dem Friedhof. Hier gibt es doch bestimmt ein Secret, oder? Der Friedhof ist doch nicht umsonst hier. Habe ich nicht mal eine Schaufel noch? Ich könnte hier was ausbuddeln. Okay. Es ist immer alles so einladend. Und dann siehst du sowas hier. Notiz eines Gefangenen. Sie sind zurückgekommen. Sie haben Juan und mich gepackt und nach draußen in die Wälder getragen. Sie haben uns gefesselt und die Augen verbunden, damit wir nicht sehen konnten, was vor sich ging. Aber wir konnten alles hören. Ich kann auch immer diese schrecklichen Gesänge hören. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie kein einziges Wort gesprochen. Aber als ich diese Schreie hörte... Oh Gott. Denn ganz plötzlich sind sie einfach gegangen und haben uns allein zurückgelassen. Aber kurz darauf hat sich uns irgendwas Riesiges genähert und Juan mitgenommen. Niemals werde ich seine qualvollen Schreie vergessen. Zum Glück habe ich es geschafft, mich zu befreien und wegzulaufen. Aber das, was ich gesehen habe, ich will gar nicht daran denken. Was mit mir geschehen wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Diese verlassene Kirche ist die einzige Zuflucht, die ich finden konnte. Hier sind überall Skelette und alles ist von einer zerflüssigen Substanz bedeckt. Aber alles ist besser, als dort draußen zu sein. Ich werde die Nacht hier verbringen und dann versuchen, zum Auto zurückzugehen. Tja, hat er wohl nicht geschafft. Das erinnert mich jetzt gerade an diesen Film, wo die in Skandinavien in den Wäldern sind und auch in so einer Hütte schlafen. Und dann rennt auch dieses Viech rum, dieses... Deswegen erinnert mich das hier, ne? Das erinnert mich an... An diesen Film. Das war auch so ein... Das hatte so ein Geweih und hat auch irgendwie... Menschen gefressen oder so. Alright. Oh! 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 Da haben wir denn die Seite. Oh! Auch ne, die Seite. Noch was anderes hier. Da ist noch ein Brunnen. Hallo! Oh! Voll mit Müll! Da ist noch ein Turm. Ausguck! Da ist der Friedhof. Hier müsste es eigentlich weitergehen. Aber ich will noch gucken, ob man da hochkommt. Oh! Ja! Nein! Nein! Ah! Okay. Wie weit noch bis zur Edgarshütte? Habe ich mich verlaufen? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich glaube, da unten hin, hä? Oh! Es ist eine Hütte. Okay. Ob das jetzt auch die Hütte ist? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Schwitzhütte. Hallo! 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 Ich renne mal Richtung Licht. Oh! Das war nicht so gut. Okay, mal sehen. Oh! 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 Die ist überall Abgrund. Da ist ja eine Wolke. Ich weiß nicht, ob es hier richtig ist. Ich will mich nicht umdrehen. Oh, okay. Oh! Hundi! Okay, komm schnell hin. Ich will Secrets finden. Da oben. Da leuchtet was. Da was geleuchtet? Wer weiß, vielleicht auch nicht. Oh, was ist das? Sehr, sehr alte Ruinen. Zumindest haben wir ein bisschen Feuer hier. Was ist hier? Eine Höhle. Oh, eine Höhle. Okay. Aber bevor wir da reingehen, will ich nochmal da oben gucken. Wenn wir denn da hinkommen. Oder hier. Oder da rechts. Oder da links. Hier. Guck mal, hier ist noch mehr. Da ist ja noch was. Oh, da ist wieder die Brücke. Oh! Da rennt er noch. Okay, alles klar. Gehen wir mal in diese Höhle rein. Was ist das zahlen? Der scheiß, äh, Wolf verfolgt mich. Verschwinde. Ja. Gute. Gute Wahl. Kapitel 6. Edgars Hütte. Die Hütte sollte ganz in der Nähe sein. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Die Temperaturen sinken drastisch und der Wind wird immer stärker. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich muss einen Weg finden, mich aufzuwärmen. Oder das hier wird mein Ende sein. Okay. Da sind wir also an der Hütte, wie es scheint. Oh, das... Das war eine Hütte. Ja, ein Schloss. Willkommen in meinem bescheidenen Schloss. Vielleicht ist das Tor. Ding Dong. Verschlossen. Scheint von innen blockiert zu sein. Äh, ja. Dann haben wir wohl schlechte Karten, ne? Es sei denn, wir kommen irgendwie hier drüber. Rennen wir mal weiter. Können wir weiter. Da ist noch was. Ah, eine Hütte. Noch eine Hütte. Bitte sei auf. Es ist keine Tür. Wo ist die Tür? Hier. Nein, das Feuer ist ausgegangen. Ich muss mehr Holz nachlegen, wenn ich mich aufwärmen will. Holz? Wo soll ich denn mehr Holz finden? Im Wald natürlich. Ja, was haben wir hier? Zweig. Perfekt. Ich muss mehr davon finden. Das ist ein scheiß Wald. Da ist noch was. Ein paar mehr davon sollten reichen. Damit sollte ich mich aufwärmen können. Ach, meine Hände. Ich erfriere. Okay. Was war das? Ich schätze mal die Kirches an, ne? Das war diese Glocke an dem Tor. Die Glocke an dem Tore. Aber das Tor ist zu. Jetzt ist Kälte überhaupt kein Problem mehr. Ah. Hebel. Keine Ahnung, was wir an oder ausgemacht haben. Das ist ja cool mit dem Bücherregal hier. Wie gemütlich. Huch. Nicht runterfallen. Ah. Wenn die Matratze nicht so aussehen würde, wie sie aussieht. Der ist ja eigentlich ganz cool. Okay, was ist hier? Tagebuch des Wachbosten. Edgar macht sich erneut auf den Weg zur Hütte. Wir haben jeden gewarnt. Wir werden uns verstecken und ihn beobachten. Wir können nicht zulassen, dass er irgendetwas herausfindet. Ach, wahrscheinlich haben wir nur das Tor damit geöffnet. Nein, es geht noch höher. Ah. Oh, krass. Okay. Ja, ein Wachturm. Krasser Scheiß. Das ist wohl der Weg. Ich schätze mal, dann hat dieses Ding wahrscheinlich das Tor geöffnet. Wow. Okay. Hier sollte man nicht runterfallen. Mal sehen, was da oben ist. Ob das wirklich der richtige Weg zu Opas Hütte ist. Da gibt es hier wieder diese Steinhaufen, wie es scheint. Ja, ich weiß. Es wird wieder kalt. Da ist das Feuer. Und hier ist wieder dieses mysteriöse Auge, was wir schon in der Höhle gesehen haben. Okay. Mal sehen, wo müssen wir lang? Da oben hin wahrscheinlich. Das sieht so gut aus, ey. Das ist übrigens die Cry-Engine. Scheinbar kann man dann wirklich diese unglaublichen Landschaften mit kreieren. Das ist definitiv eine Stärke von dieser Engine. Um so atmosphärische, riesige Landschaften zu erzeugen. Mal sehen, da ist das nächste Foto. Äh, Foto. Feuer. Nicht Foto. Da geht es runter. Möglicherweise geht es da runter. Oh, da geht es auch weiter. Das sieht mir so verdächtig aus hier. So Secret-verdächtig, weißt du? Aber nee, wir kommen einfach nur zurück. Oder? Kommen wir zurück? Nein, wir kommen zu dieser Fahne. Ah, Secret-Secret-Secret-Secret. Zeig ich doch. Da war der Hammer damals bestimmt auch dafür. Als wir das erste Mal in dieser Anderswelt waren, bei dem Telefon. Ich kriege schon wieder hier Eispickel. Oh, nein. Hier komme ich zurück. Okay. Ja, ja, ja. Oh, okay. Oh. Gut. Gut. Bisschen aufwärmen. Alles klar. Tut's mir gleich. Wärmt euch an euren Monitor. Oder an eurem Fernseher. So. Spürt ihr die Kälte auch? Wie eisig der Wind hier auf dieser Brücke ist. Oh. Sei froh, dass du jetzt einen heißen Kakao in der Hand hast. Da geht noch die Sonne unter. Oder was davon? Der Rest davon. Das letzte bisschen Licht hier auf Erden. Okay, wir müssen schnell ein weiteres Feuer finden. Sonst erfrieren wir. Ist das so schlau, weil hierher zu gehen? Da, ich sehe was. Da hinten. Da ist das nächste Licht. Ja, ja. Ich sehe das Feuer. Wir müssen es bis zum Feuer schaffen. Wir haben es gleich geschafft. Okay. Aber wohin jetzt? Hier hoch. Wie gibt das denn? Nein, da runter. Nochmal aufwärmen. Ach, hier müssen wir uns wieder beeilen. Okay. Das sieht so krass aus mit der Sonne. Okay. Okay, wir dürfen nicht stehen bleiben. Oh. Wir müssen weiter. vor uns die Kälte holt. Die Kälte oder dieses Monster, was hier rumrennt. Oh mein Gott. Ich fühle diese Landschaft so. Ich bin gerade wie der Abbey in The Last of Us 2. Da hinten, ich sehe es. Wir werden langsamer. Eine Hütte. Das ist nicht Edgars Hütte. Aber ich bin im richtigen Gebiet. Das sollte irgendwo hier unten im Tal sein. Ach. Es ist so nett, dass die Leute hier immer das Feuer anmachen. Und wir uns hier aufwärmen können. Okay. Hier würde ich erstmal übernachten. Hier ist eine Leiter. Mal sehen. Ich kenne diesen Ort. Das ist Edgars Hütte. Aber was ist das für ein Ding? Haha. Ja. Die Sphäre. Die Sphäre, um in das Land of Pain zu kommen. Edgars verschwinden. Wir haben Edgars Bewegung genauestens beobachtet, bis er plötzlich verschwand. Es war uns unmöglich, ein Foto zu machen. Und als wir uns es genauer ansehen, bemerken wir ein großes, kugelförmiges Objekt, das direkt vor der Hütte war. Kurz darauf hat es sich aufgelöst und das umliegende Gebiet niedergebrannt. Wir haben unser Bestes gegeben, das Feuer zu löschen, welches beinahe die Hütte vollständig zerstört hätte. Wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding war. Und wir haben Edgar seitdem nicht wieder gesehen. Ja. Schere. Eine Heckenschere. Können wir uns damit durch eine Hecke schneiden? Hier geht es schon mal nicht weiter. Oh, ich gehe nochmal rein. Ich will hier bleiben. Ich bleibe einfach hier. Ich kann auf der Couch schlafen. Ich muss nur die Tür zumachen. Okay, da unten. Da unten kommen wir weiter. Ah, ich verstehe. Das hätte man auch nicht anders hinbekommen. Der Schlafen. Oh. wenigstens erfrieren wir in der Höhle nicht hoffe ich zumindest die Gegend kommt mir tatsächlich bekannt vor was könnte der See sein der jetzt nur zugefroren ist die Hütte müsste in der Nähe sein oder kommt man da drauf nein okay es wird kalt da ist die Hütte die Hütte ist tatsächlich die Hütte da ist die Edgars Hütte aber sie ist niedergebrannt untersuchen von da unten kommt Licht ist da jemand eine Falltür Mist zugefroren mit bloßen Händen kann ich es nicht öffnen ich frage mich was Edgar zugestoßen ist das Feuer hat alles zerstört finden wir einen Hebel hier Seite die Seite hat überlebt eine Seite aus Edgars Tagebuch was war das dieses kugelförmige Ding es schien wie von einer anderen Welt nicht von Menschen geschaffen sobald ich es berührte sah ich ein helles weißes Licht die Welt um mich herum begann sich zu krümmen und zu verbiegen und ich hatte Angst unbeschreibliche Angst wie ich sie noch nie zuvor verspürt hatte als es sich nur für einen Moment so anfühlte als würde ich meinen Körper verlassen der Schrecken er war so stark dass ich meine Sinne verließen als ich meine Augen öffnete konnte ich nicht glauben was ich sah ich war in einem Ort in dem ich nie zuvor war gefangen in einem Käfig zum Glück habe ich es geschafft zu entkommen aber was war geschehen wo bin ich ich erinnere mich nicht an diesen Ort ich muss Hilfe finden ok ich brauche eine Stange oder so die Seite hilft mir nicht weiter vielleicht draußen ok gucken wir mal hier draußen irgendwas nützliches liegt oh da hinten stimmt da war eine Höhle oder so eine Mine ein alter Bunker ein alter Bunker oh mein Gott Was hat ihm das angetan? Der alte Bunker kommt mir bekannt vor. Ich war schon mal in so einer Art Bunker. In the Land of Pain. Warum ist hier so ein riesiger Bunker? Inwiefern ergibt das Sinn? Okay, hier müssen wir aufpassen, da jetzt tief runter auch. Man könnte da irgendwie hinspringen. Könnte man. Um dann da hinzukommen. Ja, könnte man. Guck mal. Ah ja. Okay. Oh, hier geht es auch nicht weiter, oder? Ist das nur für die Zeichnung? Nur für die Seite? Sieht so aus. Ah, okay. Okay, der könne durch. Abgeschlossen. Aber was ist da oben? Ich kann einige Kerzen erkennen. Ich hatte keine Ahnung, dass hier unten so eine riesige Anlage ist. Wartest ihr auch, dass das Alien durch die Schächte klettert? Und kriecht? Zeig ich doch. Oh. Tagebuch eines Mitglied des Ordens. Viele unserer früheren Entdeckungen der äußeren Welt waren verloren. Doch wir müssen dem Orden und der Priesterin unendlich dankbar für all die Geheimnisse sein, die sie an uns weitergegeben haben und welche wir nun bewahren. Unsere Vorfahren haben Gottes Auge leider verloren. Wenn wir es nur zurückbekommen könnten, würden all unsere Fragen beantwortet werden. Hammer. Endlich wieder ein Hammer. Okay. Ein altes Bett. Was macht das hier? Rumstehen, würde ich sagen. Benutzt die Tür. Geht nicht. Okay. Okay, was können wir mit dem Hammer machen? Was wird da? Untersuchen. Ein ganzes Bett. Können wir mit dem Hammer die Tür zertdeppern oder was? Geht's hier auch noch weiter? Nein. Aber wir können sogar im Kriechen rennen. Guck mal. Abgeschlossen. Was ist da oben? Kerzen. Wie kommen wir denn da hin? Vielleicht müssen wir andere Sprungeinlagen machen. So, wir sind von da gekommen. Wo war... Wo ist das denn? Oder ist das da? Nee, auf gar keinen Fall. Oh, wir können natürlich mit dem Hammer... Kommen wir wieder raus, oder? Und können die Luke freiklocken. Ja. Ah, tatsächlich. Okay. Das ist wahrscheinlich der andere Weg zum Bunker. Wer hätte das gedacht? Dass sich hier noch so ein Bunker befindet. Okay. Oh. Okay. Hier gibt's kein Zurück mehr. Und... Was sich hier unten befindet... Machen wir dann in der nächsten Folge. Es sei denn, es ist der Einteiler. Dann geht's jetzt sofort weiter. Bis gleich. So, willkommen zurück zu The Alien Cube. Und es wird Zeit, diesen Gang in den Keller zu gehen. Denn hier unten brennt noch Licht. Im Führerbunker brennt noch Licht, ne? Nur dort. Nur dort. Okay. Das ist schon wieder ein riesiger Keller oder Bunker oder was das ist. Was ist das für ein Ort? Wo ist der Onkel Edgar davon? Ich meine, hier steht doch so ein Folterkäfig, Dingsbums, ne? So einiges liegt hier. Oh. Vorsicht, Strom. Oh, ho, ho. Okay. Mal sehen. Was haben wir denn hier? Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Alles begann damit, als Gottes Auge auf die Erde fiel. Wir erinnern uns daran, als das Ereignis. Die hohe Priesterin wurde von den Göttern aus erwählt, es mit eigenen Augen zu erleben. Seitdem durchleben alle ihre Kinder diesen Moment in ihren Träumen. Okay. Das heißt, ich bin ein Kind der hohen Priesterin? Weil wir haben ja auch davon geträumt. Wenn sie bereit dazu sind, gerufen zu werden. Am Tag des Ereignisses war Gottes Auge jedoch nicht das Einzige, was erschienen ist. Dieser Ort, er wirkt so vertraut. Wo habe ich diesen See schon mal gesehen? Mir kommt da jetzt gar nichts bekannt vor. Oder haben wir auch davon geträumt? Äh, okay. Verdammt. Hier liegen schon wieder Leichen rum. Oh Gott. Warum sehst du hier eine Leiche? Das ist eine gute Frage. Und was ist das? Was zur Hölle sind das für Dinger? Was ist das für ein Ort? Okay. Toll. Es gibt auch noch unterirdische Zellen. Ein bisschen geflutet hier. Verschlossen. Und hier? Verschlossen. Da ist aber eine Leiter. Oh, ist vielleicht der Bunker verbunden? Ist der Bunker, äh, mit diesem Keller verbunden? Sieht so aus, ne? Okay. Nur eine Nachricht liegt hier. Notiz eines Gefangenen. Ich schreibe diesen Bericht für den Fall, dass ich nicht überlebe. Mary, Brad und ich waren auf dem Weg nach Rock Valley, als wir an einer alten Tankstelle Halt machten. Plötzlich kamen einige Typen mit Kapuzen aus dem Wald und nahmen uns gefangen. Alles geschah so schnell. Wir konnten nicht mal ihre Gesichter erkennen, da sie schreckliche Reptilienmasken trugen. Sie haben uns die Augen verbunden und in eine Art große unterirdische Anlage gesperrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier scheint jede Menge Wasser zu sein und einige riesige Maschinen, die noch in Betrieb sind. Sie halten uns hier seit Tagen fest, in getrennten Sälen. Aber heute ist irgendwas mit Brad geschehen. Er muss irgendwas Schreckliches gesehen haben. Er war völlig außer sich und schimpfte über monströse Kreaturen, unaussprechliche Abscheulichkeiten und über das Ende der Welt. Dann müssen sie ihn mitgenommen haben, denn wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Weder gesehen, noch gehört. Okay, können wir uns verstecken? Noch eine Leiche. Sie ist noch warm. Da brinche ich auch das Kerzenlicht nicht warm. Ob das wohl Brad ist? Die Tür ist jetzt auf. Oh, dürfen wir schwimmen? Ein Tagebuch eintragen. Die geheime Einrichtung. Was verbirgt dieser Ort sonst noch? Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich unter der Hütte eine solche riesige Einrichtung befindet. Aber wofür war sie gut? Ich kann nicht glauben, dass Großvater William Teil von all dem hier war. Und was ist mit Edgar geschehen? Was ich da auf den Fotos gesehen habe, war absolut bizarr. Da war dieser seltsame Gegenstand vor der Hütte an dem Tag, in dem er verschwand. Ich weiß nicht, woher ich die Stärke und den Mut nehmen soll, weiterzumachen. Dieser Ort stellt meinen Verstand auf harte Probe. Auf eine harte Probe. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch nicht geschnappt wurde. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht allein bin. Ich bin mir auch sicher. Ja. Leider verschlossen. Okay. Oh, das kommt mir doch bekannt vor hier. Shit, Aua. Mein Kopf. Warte, doch. Ich will da mal hingehen. Ich will mal gucken, ob es da ein Secret gibt. Ne, da gibt es gar nichts. Hier gibt es nicht mal Scheiße, Sir. Ich habe das Gefühl, die Strömung wird stärker. Okay, können wir da runter? Okay, es ist zu groß. Ich gehe... Ich gehe erstmal hier hin. Aber es könnten Secrets da hinten sein. Schau, die Secrets. Ich weiß, die Tür ist am offensichtlichsten. Mit dem Blut hier vor. Aber vielleicht führen wir nur eine Note hier. Zumindest wenn es ein Safe-Game. Ventil. Oh. Das ist jetzt hier gut fahren. Generator. Oh. Aufpassen. Haben wir das Wasser hier abgepumpt? Okay, ich gehe mal da hinten lang. Ansonsten springe ich durch das Loch. Was anderes bleibt mir ja nicht. Aber ich hoffe, dieser Fisch schwimmt hier nicht rum. Okay, da können wir nicht weiter. Safe-Game. Da geht es einfach nur raus, oder? Oder sterben wir hier? Okay. Wo kommt man denn dann in das Loch hin? Jetzt muss ich aber nochmal einmal ins Loch gucken, um zu gucken, ob man da nicht irgendwie... ...oder ob es nur eine Trap ist. Das ist bestimmt nur eine Falle. Wir müssen wahrscheinlich zu diesem langen Gang gehen. Aber ich will es einmal wissen. Da stirbt man auf jeden Fall. Oh. Ja. Guck. Haben wir uns wenigstens hierhin teleportiert, ne? Das war auch der Plan. Alles gut. Ähm. Wie geht's auch? Doch, hier geht's weiter. Okay. Äh, okay. Ja. Okay. Ja. Hier sieht's doch so aus, ob's hier weitergeht. Oh. Nein. Nein. Oh. Geschafft. Okay. Gut. Wir sind wieder in diesen Höhlen. Da stand ja irgendwo, dass die Höhlen mit der Hütte verbunden sind. Möglicher... Oh, Cthulhu. Schön, dass hier die Bauleuchten stehen. Okay. Ist doch ganz wichtig, dass dieser Dieselgenerator hier die... Bauleuchten betreibt. Und die Cthulhu-Statue anstrahlt. Wow. Wir haben ihn gefunden. Okay, was liegt da? Ich hoffe, eine Note oder so. Artefakte. Der Aufbau des Universums. Dieser Ort war einst ein Tempel, der unsere Vorfahren gehörte. Jeder Tempel stand in einem der Eingängen der unterirdischen Durchgänge, wo bis heute die Ruinen der uralten Städte zu finden sind. Die Statue repräsentieren den heiligen Alten, der am Tag des Ereignisses in körperlicher Form auf der Erde erschien, zusammen mit Gottes Auge. Er vereinigte sich mit der Bevölkerung und zeugte eine neue Linie mit göttlichem Blut. Von da an war unser heiliger Orden geboren. Das Diagramm in der Kuppel zeigt den Aufbau unseres Universums und auch die äußere Welt, welche uns umschließt. Nur Gottes Auge kann die äußere Welt zeigen, welches sich in einer der anderen Dimensionen befindet, in der unsere heiligen Alten herrschen. Außerhalb sind diese riesigen Viecher, diese... Ja? Ja, dem Cthulhu Mythos vertraut ist, dem sagt das was. Okay, das heißt, hier ist der Eingang zum unterirdischen Gang. Da hinten. Hui! Und da gehen wir jetzt so hoch. Was war das? Habe ich hier irgendwas aktiviert versehentlich? Oh, ich gehe einfach mal weiter. Hallo? Oh, ich kann durch die Treppe gucken. Oh! Oh! Okay. Ein Knopf! Oder so. Oh! Nee, in der Tür ist das... Nee, in der Tür ist das... Er ist erwacht. Schnell zur Tür! Abgeschlossen. Oh, Kapitel 7. Der Tempel. Wohin bringen sie mich? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh Gott. Ich verliere eine Menge Blut. Ich halte nicht mehr lange durch. Ich fühle mich... Ich fühle, wie mich meine Kraft verliert. Sie haben mich erwischt. Hm. Das Glas ist zu voll. Das heißt also, wir hätten gar keine andere Chance gehabt. Dann ist das jetzt der Orden, die Ordnung. Keine Ahnung. Boah, ich sollte Werbung hier in diesem Ladescreen einblenden. Wer weiß. Das wäre doch ideal, oder? Man freut sich dann so richtig schön, dass es weitergeht. Okay. Oha. Nee. Das ist keine Badewanne, die ich mag. Hey, Chuck. Was mache ich in meinem Schlafzimmer? Wo kommen die Geräusche her? Hier hat sich aber einiges verändert, du. Ich will bügeln. Ich will bügeln. Warum kann ich nicht bügeln? Kann ich da noch rein? Das hat ja gut funktioniert. Schlüssel. Ah ja. Okay, ich habe einen Schlüssel. Oh. Hauptsache frisch gebadet, sage ich immer. Okay. Können wir noch was essen? Wenn wir schon mal hier sind. Die Zeit irgendwie nutzen. Mein Wohnzimmer. Komm ich irgendwie da rüber? Hey, da läuft the Land of Pain. Nice. Ich komme doch bestimmt irgendwie da rüber, oder? Wäre doch gelacht, wenn da nicht ne... Okay, vergessen wir es einfach. Mein Wohnzimmer. Was machen wir hier? Ich dachte, wir kommen da irgendwie hin, dass da vielleicht noch ein Secret ist, aber ja gut. Wenn er das Spiel nicht will, dann will es halt nicht. Dann kommen wir bestimmt raus. Was ist das möglich? Was geschieht hier? Ich kann mich nicht erinnern, neben der Kirche gewohnt zu haben. Irgendwie hat das gerade was von Silent Hill so... Wir müssen mal hier gucken. Oh! Diese Welt ist nicht real, ne? Ist ja klar, oder? Aber wie kommen wir... Okay, da kommen wir auch nicht hin. Warte mal, wenn die Stimme mich ruft, dann müssen wir bestimmt da hoch. Cthulhu, bist du es? Oh, Gott. What have I seen? I can't believe it. What was that thing? I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. It's a miracle, miracle. Hier, Sean. Mal Probe liegen, ja? Oh, untersuchen. Hier, bringen sie also die Leute. Sie müssen denken, ich sei tot. Ich muss sehr vorsichtig sein. Kann immer noch rennen mit meiner Verrundung. Okay. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Ich kann so nicht weitermachen. Ich möchte das finden, um die Blutung zu stoppen. Oder das wird mein Ende sein. Okay. Mal sehen. Folgen wir einfach dem Weg. Das hat bisher immer geholfen. Das hat bisher immer geholfen. Da ist zumindest ein Haus oder so. Oh, ein grünes Licht. Können wir hier rein? Gibt es hier Heilung? Oh ja, das sieht doch nach Priester aus hier. Bitte, bitte. Hier muss es doch was geben. Statue. Irgendwas fehlt hier. Und auch hier fehlt was. Okay, ich renne mal den Hauptweg weiter. Da. Da. Das heilt mich bestimmt. Was ist das für ein seltsames Objekt. Ich muss versuchen, das Gitter abzusenken. Ja, das ist ja witzig. Verschlossen. Scheint, als wäre es von innen blockiert. Oh, ja, ja. Ist gut, ist gut. Dann müssen wir wohl doch den anderen Weg, hä? Mal gucken, ob wir hier was zum Verbinden finden. Ich sterbe hier gleich weg. Okay. Eine Höhle. Das ganze Konstrukt hier ist instabil. Ich muss nur einen dieser Holzpfosten berühren und alles bricht hier in sich zusammen. Machen wir das besser nicht. Okay, gehen wir da hin und dann gucken wir zuerst in der Hütte. Ich wette, in der Hütte gibt es Heilung. Da liegt auch was. Ich habe es gesehen. Da ist doch einer drin. Verbände. Okay. Ich habe die Blutung gestillt, aber ich kann so nicht weitermachen. Ich muss so schnell wie möglich Hilfe finden. Da drin ist jemand. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Okay. Hebel. Okay. Was habe ich? Irgendwas geöffnet. Erstmal die Tagebuchseite. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Nun, da wir Gottes Auge gefunden haben, müssen wir nur noch den letzten großen Schritt wagen. Heute Nacht soll es geschehen. Die Sterne befinden sich in einer günstigen Position und wir sind alle bereit für die große Offenbarung. Die Wahrheit über die äußere Welt erwartet auf uns. Wir werden uns endlich mit den heiligen Alten vereinen und eins sein. Ach, ein Traum. Okay. Die Basis des Ordens. Was haben sie mit mir gemacht? Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Mein Bauch ist schwer verletzt. Ich kann kaum glauben, dass ich überlebt habe. Ich bin in einer Grube voller toten Körper zu mir gekommen. Diese irren Kultisten müssen gedacht haben, ich sei tot. Aber was ist das hier für ein Ort? In der Ferne kann ich die Berge erkennen. Aber ich bin viel weiter stromabwärts. Der Ruf ist hier viel stärker. Oh Gott, ich darf nicht. Es wird immer schwerer, dieses Tagebuch zu schreiben. Der Würfel muss sehr nah sein. Ich kann seinen Ruf nicht widerstehen. Ich spüre ihn. Ich kann ihn nicht ignorieren. Ich muss ihn finden. Okay. Aber was macht er da? Oh, da hängt einer. Oh. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Köfferchen. Und da hinten. Ich will Secrets. Ich bekomme keine Secrets. Ich glaube, wir haben da hinten das Tor aufgemacht. Rennen wir mal dahin. Zumindest glaube ich das. Es ist eine Kugel oder so. Sphäre. Vielleicht kann ich mich damit, äh, transferieren. Ah. Ah. Verstehe. Wir haben die Sphäre und können die da hinten einsetzen. Bei diesen, bei diesen Statuen. Oh. Oh. Okay. Ich hätte, äh, vom Weiter weg drücken müssen, wahrscheinlich. Oder muss ich mit irgendwas werfen? Ah. Aber so werden wir ihn auf jeden Fall los. Oh. Okay, ich musste gar nicht drücken. Ich musste einfach nur abhauen. Gut, gut. So, dann legen wir eine davon einfach mal hier hin. Oder? Oh. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir an die andere kommen. Gucken wir ihn noch darüber irgendwie? Mal sehen, was jetzt passiert. Jetzt ist irgendwas offen. Das Tor vielleicht. Ja. Was ist schön hier. Ganz viel Gold. Ein Gebet. Oh, heiliger Alter, kostbarster deiner Schöpfung. Gottes Auge wurde gefunden. Dank seiner Macht werden wir schon bald vor dich treten, um von dir gerichtet zu werden. Nimm all meinen Besitz zum Geschenk und mache mich zu deinem, einem deiner Auserwählten. Dem einzigen, der eins mit dir werden soll. Okay. Das ist auch ein Lebensziel. Komm nicht durch. Ich dachte, die Tür wäre auf. Schade. Warum sind die Kerzen aus? Oh je. Schon wieder ein Verlies. Der Würfel. Oha. Das ist für die Transformation. Aber wo ist der Würfel? Kohleblech. Kohleblech. Was war das? Wahrscheinlich ist da ein Rätsel. Der Würfel erscheint. Der Würfel wird angebetet. Städte werden gebaut. Und dann wird man eins mit den Sternen. Kohlebecken. Müssen wir vielleicht anzünden. Am Fuß dieses Kohlebeckens ist ein Symbol. Ja. Oh. Kriegt er drunter? Nee. Schade. Abgeschlossen. Scheint mit einem Mechanismus zu funktionieren. Okay. Wahrscheinlich sind da Symbole. Buch. Die äußere Welt. Man sagt, die heiligen Alten herrschen von der äußeren Welt aus über das Universum. Einst war es uns möglich, sie zu treffen. Doch das Verständnis darüber ist lange vergessen. Unsere Vorfahren erzählten von einem Ort, welcher für unsere schwachen Verstand unbegreiflich ist. An dem alles Wissen aufbewahrt wird und man im Lauf der Zeit nicht existiert. Nur wenige Auserwählten war es möglich, die Vision der Vergangenheit und Zukunft zu verstehen, die allen gleichzeitig erscheinen und nur ihnen gelangt ist, die heiligen Alten und prächtigen Kreaturen, die ihnen dienen, wahrzunehmen. Okay, das ist so ein Z. Da haben wir so ein A. Da sind sehr viele Symbole. Und hier haben wir ein G. G. Irgendwas anderes. Z, A. Ist das Z. Das ist sehr schön, ist das Letzte. G. A. Z. Was muss ich... Alter Schlüssel. Ah, okay. Komme ich damit hier durch? Abgeschlossen. Ach nee, das ist der Mechanismus. Okay. Ich muss wahrscheinlich irgendwas da draufstellen oder vielleicht anzünden. In der Reihenfolge. Gucken wir erst mal hier. Okay. Noch mehr Särge. Streichhölzer. Ach, guck mal. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Das heißt... Wir fangen an mit... G. Weiß ich nicht. A. Z. Okay. G. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. A. Schön. Waren exakt vier Streichhölzer drin. Okay, hier ist ein Hebel. Waren exakt vier Streichhölzer drin. Waren exakt vier Streichhölzer drin. Wir seien. Guck mal. Hier ist irgendwas verändert. Und... Wir werden da kommen vielleicht hoch. Oh, warte mal, da ist da ein Buch irgendwo. Habe ich das Buch übersehen? Nee. Nee. Nichts übersehen. Okay. Die Geschichte des Ordens. Man sagt, in längst vergangenen Tagen gelang es unseren Vorfahren dank vergessener Technologien, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Es war zu dieser Zeit, als die ersten Theorien zur Existenz der äußeren Welt aufkamen. Dieses unschätzbare Wissen ging verloren in den Nebeln der Zeit, weil Jahrtausende, und beraubte die Menschheit seiner größten Entdeckung. Dann kam es zu dem Ereignis und Gottes Auge wurde uns überlassen. Man sagt, dass dieses heilige Objekt von den heiligen Alten selbst gesandt wurde, um ihre Jüngern zu ermöglichen, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Okay. Was hängt da? Sind es Körper oder Wurzel? Ach, guck mal. Dieser Ort existiert wirklich. Ja, da hinten sind wir doch aufgewacht. Hier irgendwo. Hier ist jetzt ein Tor. Was geht da draußen vor sich? Was ist das für eine Kreatur? Und dieser Ort, ich erinnere mich gut daran. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Ah. Ich hoffe, sie bleibt liegen. Das ist genauso wie im Traum. Und da ist das Foto. Wetten, das Ding steht gleich auf da. Lass mich raten. Wir brauchen das Zahnrad, um damit rauszukommen. Genauso wie im Traum. Ah, nee. Die Tür ist auf. Nur hier sieht es ein bisschen anders aus. Warum sind hier so wieder Kerzen so verteilt? Was ist das? Das ist ein Dorf. Das Dorf der Kuschulu-Jünger. Oha. Wie. Planschen, planschen. Theoretisch kommt man da irgendwie hin und zu im Haus. Mal gucken. Da geht einer. Okay. Ich gucke mal, ob wir zu dem Haus kommen. Vielleicht gibt es da ein Secret. Okay, schade. Nein, da kommen wir nicht her. Sind wir einfach bei Berührung des Wassers gestorben. Da steht auch einer. Sind hier überall, ja. Sind hier überall, ja. Da oben sind auch welche. Was ist das für eine Figur? Der Würfel! Der Würfel! Wie viele Kapitel gibt es wohl? Vielleicht sehen. Aber zumindest erfahren wir jetzt die Wahrheit hier. Ich bin mal gespannt. Ist ja süß, dass so ein kleiner Ladewürfel ist da unten rechts. Das macht natürlich Sinn. Okay. Okay. Wow. Was zum Teufel? Der Saturn ist auf einmal so nah. Oh wei, oh wei. Aber das ist unmöglich. Sieht so aus, als ob wir jetzt in einer anderen Welt sind. Noch was oder so? Hier sieht es jetzt auch ein bisschen anders aus, oder? Da ist so ein bisschen viel. Aber wir finden immer noch Großvaters Notes. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Das Ritual ist verendet. Aber der Übergang war schwerer als wir dachten. Abgesehen davon sind wir endlich hier. In der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt. Andere drehten durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeilen zu schreiben. Wir haben uns hierauf vorbereitet. Aber es war nicht genug. Sorry. Verdammt, mein Kopf. Ich fühle mich, als würde ich zugleich in einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meinen Gedanken ist, leben. Was sehe ich wirklich? Ich kann nichts zwischen meinen Gedanken und dem, was meine Augen sehen, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die Heiligalten erwarten uns. Okay. Das ist schon eine bizarre Welt hier, ne? Wie eine Traumwelt. Wie eine Traumwelt. Opa. Okay. Lilanes Licht. Grünes Licht. Hauptsache die Pappkisten stehen hier. Was ist da am Horizont? Tja. Oh. Was zum Tiefen. Dieses Bild. Ich habe es in meinen Träumen gesehen. Was macht es hier? Northwood Journal. Kann man sehen, was da steht? Case Mitchell. The mystery on the vanished deepens. Das ist der Zeitungsartikel, den wir gelesen haben. Wow. Uh. Jetzt landen wir gleich wieder in unserer Wohnung. Wow. 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 Okay. Wo komme ich hier raus? Komme ich überhaupt hier raus? Scheiß. Ich bin einfach durch die Tür gefallen. Vielleicht tauchen. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Ausgang. Ja. Okay. Rechtsrum. Linksrum. Geradeaus. Ich würde sagen nach vorne. Ich stehe nicht so an. Okay. Oh. 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 Hohohoho. Okay. Oh. 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 Wir dürfen nicht zu nah da in dieses. Ab. Wo kommen wir weiter? Wir müssen da durchschwimmen. Wir müssen da wegschwimmen. Ich glaube da können wir hin. Nein. Da hinten. Ich sehe noch einen Meisterschwimmer hier. Da hinten ist die Tür. Und inmitten des Wassers eine Notiz. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Oh Gott, es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. Wenn wir nur den Weg ausmachen könnten. Wir müssen zusammenbleiben und diese Phase bewältigen. Oder wir laufen Gefahr, hier für immer festzusitzen. Gefangen in unseren eigenen Gedanken. Aber ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ich hatte eine deutliche Vision meiner Zukunft. Ich sah meine Vereinigung mit dem Heiligen Alten. Die Transformation. Ich kann es kaum erwarten. Die Heiligen Alten sind nah und sie rufen uns. Ich kann es spüren. Ja, es sind immer Komponenten aus den Gedanken, ne? So, hier wie jetzt dieser Bauleuchter und so. Meine Wohnung! Ich war so froh, wieder zu Hause zu sein. Was ist das für Visionen? Was haben sie so zu bedeuten? Demons drowning me. I died here. Es lässt das Ganze natürlich direkt in einem anderen Licht erscheinen, ne? Kommt nicht mehr hoch. Kommt nicht mehr runter. Worked. Hat funktioniert. Allein. Wissen wir in unserer Wohnung? Okay, ich gehe einfach mal weiter. Da ist ein Foto. Meine Wohnung. Ich will nach dem Zwerg sehen. Ob es dem Zwerg gut geht. Geht es dem Zwerg gut? Wie ist denn ein Fahrstuhl? London? Keine Ahnung. Es funktioniert nicht. Okay. Dann fangen wir beim Stuhl an. Zuerst Spaß mit Stuhl. Okay. Ja, das ist ein... Berühre das objektiv. Ob das jetzt so gut war? Okay. Okay. Kriegt ihr eine Note hier? Witzig. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Foto. Wieder der Stuhl mit dem Typen. Oha. Sieht aus wie mein Schlafzimmer. Es ist nicht mein Bett. Es ist mein Schlafzimmer. Was tun sie? Ganz viele Notebooks. Das ist auch weg da oben. Okay, da geht's weiter. Da hände ich noch einen Raum. Nee, nur diese beiden. Und der Fahrstuhl ging nicht. Okay, dann gucken wir. Hier, ne? Sieht richtig aus. Oh, was ist da? Mein Hirn. Geht jetzt der Fahrstuhl. Oh, er ist da. Hurra. Benutzt die Tür. Aber die geht nicht. Okay. Warum nicht? Wir fahren halt in den Abgrund. Ja. Oh, das ist nicht gut. Okay. Wenigst bin ich noch allein. Oh. Das ist ja jetzt noch so ein Silent Hill hier mit dem ganzen Metall. Vorsichtig. Hm. Das rechte, das linke. Ich hoffe, wir müssen hier nicht springen. Nee, sieht gut aus. Eine weitere Note. Äh, lass mich. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, weiterzukommen. Es ist nicht mehr so leicht, sich aufeinander zu verlassen, da unsere Gedanken von vergangenen und zukünftigen Erfahrungen getrübt werden, welche irgendwie immer wieder vor unseren Augen aufblitzen. Es ist, als würde man die Vergangenheit und Zukunft zugleich sehen. Es ist unglaublich. Wir wussten, dass sich die Zeit hier völlig abnormal verhalten würde. Aber es scheint fast, als würde hier alle Zeiträume gleichzeitig nebeneinander existieren. Nur ein überragender Verstand kann mit all dem umgehen. Die wahre Form der äußeren Welt ist direkt um uns herum. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie wirklich wahrnehmen können. Das ist der einzige Weg, die Orte zu erreichen, an denen die heiligen Alten leben. Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Es scheint aber keine der alten Wesen gewesen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension neben unseren Göttern hausen. Oh, das haben wir auf dem Foto gesehen. Dieses Konstrukt. Oh. Okay, gehen wir mal da rein. Da hinten hat was geleuchtet. Das ist ein großes Ding. Wirklich ein großes Ding. Was soll das sein? Eine Brücke? Endlich wieder Licht. Bewegt sich da was? Ja, das bewegt sich. Okay. Ich glaube, es ist er. Werden wir drüber? Okay. Okay. Ich bin da drüber. Ja. Secret. Nein. Jetzt sind wir wieder hier im Wald. Hätte auch einfach daher gehen können. Ja, okay. Na gut. Ich werde das Auto da runter schubsen. Letztes Mal haben wir ihn recht genommen. Jetzt nehmen wir den linken. Ich kann nicht erkennen, wo der Anfang und das Ende ist. Aber es bewegt sich auf jeden Fall. Oh Gott. Da ist aber auch noch irgendjemand da hinten. Boah, sieht so wahnsinnig gruselig aus. Wer hat hier hingekackt und das Zeug nicht weggemacht? Kann auch jemand reintreten? Also jetzt mal ehrlich. Guck, sie ist es schon passiert. Dabei habe ich mir extra die guten Schuhe angezogen für diesen Horrortrip. Nicht die Hochhackigen diesmal. Die Lackschüchen. Kthulukacke, ey. So. Okay. Toll. Riesige Rohre. Nord Stream 2 hier. Versorgt Cthulhu direkt mit Russengas. Okay, dann müssen wir rüber. Okay. Wir haben mal zum Licht. Ich dachte, wir müssen hier irgendwas aktivieren oder so. Da hinten brennt auch noch Licht. Ach, ich dachte, da hängt eine Not. Ich folge mal den Lichtern. Und diesen Rohren hier. Sieht schon alles so unglaublich surreal aus. Alle Rohre führen in die Richtung. Oh! Aua. Okay. Kann ja nicht ahnen, dass sie hier rumrennen. Aber wie können wir denen ausweichen? Ich sehe sie nicht. Vielleicht müssen wir dran vorbeischleichen. Oh, wie soll man denn da noch... Okay. Wie soll man denn da dran vorbeikommen? Sie ducken? Ich weiß auch gar nicht, wo es hier losging. Es ist schon zu spät, ne? Die entdecken einen, bevor... Okay. 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 Der ist irgendwo da hinten hingerannt. Und wer bleibt da? Da hinten. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch scheiße. Wieso entdeckt er mich denn, wenn ich geduckt bin? Muss ich vielleicht auf die Rohre irgendwie? Kann ich irgendwie auf diese Rohre klettern? Das will natürlich verhindern, dass ich... Aber da komme ich auch nicht drauf. Muss bestimmt hier irgendwie hochklettern. Ne. Keine Chance. Vielleicht muss ich aber auch gar nicht zu diesem Viech. Ich weiß nicht, was ich... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Ahnung, wie ich daran vorbeikommen soll Vor allem stand man immer hier hinten, das ist doch scheiße Das ist doch kacke Aber man kommt nicht auf diese Rohre Das ist doch Ey, das ist doch nicht wahr Was für eine Möglichkeit habe ich? Ich kann mir nur vorstellen auf die Rohre, aber man kommt dann nirgends so hoch Das ist ja auf jeden Fall die sicherste Methode Irgendwie hier hoch Ich glaube wir rennen einfach durch Der ist auf jeden Fall gerade nach links gerannt Das ist doch Das ist doch Kann ja nicht mal weglaufen vor dem Der ist zu schnell Ich muss gucken, wo er hinrennt Dann muss ich ganz außen bleiben Idealerweise Aber der sieht mich ja sofort Das ist ja das Problem Ich sehe nicht Ich sehe nicht auf jeden Fall Ich sehe mich die Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist frustrierend. Weil der auf einmal da ist. Der ist auf einmal da und dann hast du keine Chance. Du hast ja keine Chance, sich zu verstecken oder so. Du brauchst einfach nur Lack den einmal zu säen und musst dann die Beine in die Hand nehmen. Du brauchst einfach nur die Beine in die Hand nehmen. Ich seh ihn nicht. Ich renne jetzt durch. Wahrscheinlich kommt er mir jetzt gleich entgegen. Lauf, Forrest. Lauf. 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 Lauf, Forrest. Das ist einfach Glück. Das ist einfach Glück. Ach, es ist nur eine Freundesanfrage. Ich dachte, das ist ein Chiefman. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht in diesem Spiel. Ah, okay. Gut. Wir haben ein Savegame. Sort, ich kenne ihn. Wo bin ich denn überhaupt gelandet? Wir sind immer noch in der Anderswelt. Ich glaube, wir sind hier, wo das Telefon war. Kann das sein? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, sind vier. Da war hier zu und da gab es den Jumpscare vor der Tür. Glaube ich zumindest. Und hier? Ah, stimmt. Da sind wir durchgekrochen. Und brauchten hier den Hebel, der jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Mal gucken. Wir haben einen Note-Eintrag. Die Basis des Ordens. Was haben sie mit mir gemacht? Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Äh, das hatte ich schon. Rechts. Okay. Ähm, okay. Der Würfel, Auge, Cthulhu, Menschen in einem Glas. Ich schreibe in seltsamen Lettern. Obwohl, hier ist eigentlich der Hebel. Okay, dann kommen wir hier wieder zum Telefon zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir sind auf jeden Fall wieder im Tempel. Hier war dieses drehen des Dingsbums. Das Monster ist auch noch da. Und hier ist die Brücke eingestürzt. Okay. Potenziell kommen wir da zurück. Ich gucke aber nochmal, was hier war. Dieser Keller. Stimmt. Ich erinnere mich. Da war doch diese große Tür, die nicht aufging. Hier ist jetzt einfach gar nichts mehr. Okay. Auch kein Secret, wie es scheint. Gut. Oh Gott, ist das dunkel, ey. Schnell wieder hoch. Bleib bloß in euren Käfigen, du. Okay, da können wir rein. Was war hier? War hier irgendwas? Irgendwas? Hui. Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Nichts? Okay, schade. Hallo? Waren hier diese Gefängniszellen? Oh mein Gott. Ja. Ich habe das Gefühl, genau, wir sind hier aus dem Gully gekrochen. Sind wir nicht? Sind wir doch? Pass auf, gleich stehe ich wieder in meiner Wohnung. Oh, eine Note. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Wir lernen mit den Missionen umzugehen, darin zu unterscheiden, was unsere Augen wirklich sehen. Wir haben einen riesigen Bau erreicht, der, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird, unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, an dem all die Leute aus unserer Welt gebracht und festgehalten werden und auf ihr endgültiges Urteil warten. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzte Transformation ausgewählt. Nur so ist es unmöglich, Teil von ihnen zu werden. Wir haben unsere Leben dem Erreichen dieses Ziels gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen. Sie werden das Blut, das in unseren Adern fließt, erkennen. Okay. Hoffen wir mal, dass wir einer von den... ... ... ... ... ... ... ... die überleben. Irgendwas schaukelt da. Ja! Ja! Was? Oh nein, schon wieder diese Vision. Es hört einfach nicht auf. Wir werden einfach diesem Wahnsinn verfallen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wo bin ich denn hergekommen? Ich bin verwirrt. Da geht eine Treppe hoch. Da muss ich sicherlich hin. Okay, nochmal zurück. Ja, hier bin ich rausgekommen. Okay, wie kommt man denn da hin? Kommt man da hin? Secrets? Seid ihr da? Hier irgendwoher? Nee, okay. Ob das sicher ist? Ja. Okay, da geht's noch. Ah, wir sind wieder draußen. Oder so. So eine Art. Da ist er! Hey, mein Freund! Ältester. Arthur. Kommt zu mir. Ich komme. Ich folge deinem Ruf. Ich darf nicht hier runterfallen. Hier bin ich, Meister. Erkenne die Wahrheit. Ach, ich hänge in so'n Glas. Krass. Ah. Aber warum? Wer hat mich da reingesteckt? Oh, wahrscheinlich die... Wie ist deinem Ruf? Spaß. The Alien Cube. Oh, das war's schon. Gerade erst angefangen aufzunehmen. Geheimnis zu gefunden. Drei von acht. Na ja, das ist ja... Abspann. Geschrieben und entwickelt von Alessandro Guzzo. Englische Übersetzung. Bla, bla, bla. Spanisch. Wo sind die Deutschen? Ach da. Bettina. Bettina Pritz. Danke für die deutschen Übersetzungen. Voice von Ryan Lawton. Weiß ich nicht. Und Illustration von Francesca Domene Goni. Alles klar. Okay, also wir waren die ganze Zeit in diesem Gefäß. Und haben diese Vision. Aber wie sind wir da reingekommen? Zeit für Theorien. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schon ganz am Anfang, als wir nach dem Würfel gesucht haben. Und der Rest haben wir uns einfach vorgestellt. Das Ende war jetzt ein bisschen plötzlich, ehrlich gesagt. Aber vielleicht auch nur, weil ich jetzt gerade erst angefangen habe aufzunehmen. Vor zehn Minuten. Aber für euch ist das jetzt das ganze Video hier, ne? Alles im letzten Part oder halt im ganzen Teil. Ich weiß es nicht. Und ja. Ich fand es sehr gut. Sehr gut. Definitiv Kaufempfehlung. Also wenn ihr es auch selber spielen wollt, dann geht auf den Link in der Videobeschreibung. Dann geht es direkt zum Steam Store. Und grafisch muss man gar nicht drüber reden. Das ist ein Augenschmaus. Man möchte einfach überall hingehen. Auch in die weit entfernten Schlösser, die überall waren und alles. Und Übersetzungen waren auch sehr gut. Ein Teil, der sehr gut war. Kein Google-Übersetzer so, sondern richtig echte Übersetzungen. Das fand ich sehr nice. Und die Story war auch sehr spannend. Ich wollte einfach die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich jetzt quasi vor Release schon alles aufgenommen und konnte nicht mehr aufhören. Und ja. Definitiv ein richtig gutes Lovecraftian Horror Game, das ich euch nur empfehlen kann. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Und ich bin sicher, der Entwickler wird auch noch, also der Alessandro, wird auch noch einen weiteren Teil irgendwann bringen. Und das werden wir selbstverständlich hier dann auch wieder auf dem Channel spielen. Also, bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.